Musik 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 Besinnen Sie durch Mrs. Hatzons mörderischen Kaffee, jetzt abgehärtet genug, mein lieber Watson. Um sich in ein Rätsel zu vertiefen? Wovon um alles in der Welt reden Sie, Holmes, und das so früh am Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Ausgabe unseres kleinen Adventure-Podcasts Plausch und Klick. Perudo und Dexter sind hier und wir haben euch wieder mal ein Spiel mitgebracht. Heute ein Spiel von 1992 mit einem ganz berühmten Detektiv. Es handelt sich natürlich um Sherlock Holmes und das Spiel heißt genau genommen The Lost Files of Sherlock Holmes. Genau, ja, auch willkommen von meiner Seite. Und du hast es richtig gesagt. Es heißt The Lost Files und genau genommen hat es einen ganz, ganz langen Titelnamen. Und zwar The Lost Files of Sherlock Holmes, The Case of the Serrated Skalpell. Also der Fall des gezackten Skalpells. Warum? Wenn wir gleich noch hören, denke ich mir, im Verlaufe des Podcasts. Ja, es ist schon der dritte. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ja, mich auch. Ist ja immer eine Sache so mit unserer Zeit, aber ja, wir haben jetzt August, ist der zweite Podcast dieses Jahres. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir ja auch noch einen oder zwei. Ich freue mich jedenfalls jedes Mal, wenn wir dazu kommen, wenn wir wieder geschafft haben, ein Spiel zu spielen und uns hier darüber auszutauschen. Und ich bin schon ganz gespannt, wie, ja, ob wir uns wieder mal einig sind bei der Bewertung dieses Spiels und dem Ganzen drumherum oder nicht. Wir werden sehen. Genau, da bin ich auch ganz gespannt. Und wir nehmen uns ja immer vor eine Stunde. Mal schauen, ob wir das diesmal schaffen werden. Ja, du hast es gesagt, das Spiel ist 1992 rausgekommen, sogar im Herbst. Also relativ spät im Jahr 1992 ist es von Electronic Arts herausgegeben worden, aber von Mythos-Software entwickelt. Also das ist so eine ganz kleine, ja, ganz kleine Studie, ist auch relativ neu, ist 1990 gegründet worden. Also knapp zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre. Ich weiß nicht genau, zu welcher Jahre ist das 1990. Also es können auch zwei Jahre sein. Und ich habe herausgefunden, ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht hast du da eine andere Info. Also sie haben sich schon Richtung, also für dieses Sherlock Holmes 1-Spiel zusammengetan. Hattest du da irgendwas? Ja, also genau, ich glaube zumindest haben sie vorher kein anderes Spiel rausgebracht. Das war deren Erstlingswerk. Genau. Und die hatten richtige Spezialisten dabei. Also wir haben einmal den, einen sehr erfahrenen Programmierer, James Ferguson, und einen VGA-Grafik-Spezialisten. Das ist immer schön, dass man das dazu sagen muss, einen VGA-Grafik-Spezialisten. Das ist bei den C64-Spielen ja auch so. Dieses, nur ganz kurzer Exkurs, das Spiel Summer Games, also dieses Sportspiel für den C64, das sind Assembler-Grafiken. Und da haben die tatsächlich zwei oder drei Grafikprogrammierer eingestellt, nur für die Grafiken. Und das ist halt hier unser Scott Mawo. Das ist wirklich ein Grafik- und Animationsspezialist. Und der Scott Mawo wollte ein richtiges Epos schaffen. Also er fand dieses Sherlock Holmes-Universum unheimlich attraktiv. Und er hat quasi all sein Können reingesetzt. Und auch Ferguson, da habe ich einen schönen Spruch gelesen in diesem Buch, was dabei ist, in der Verpackung. Und zwar, den Schlaf bekommst du erst, wenn du tot bist. Das heißt, das war so sein Motto des Programmierens. Aber das Spiel, da gibt es nochmal eine etwas aufgepeppte Version von 3DO. Hast du die Version eigentlich? Ich habe sie, ja, mal in irgendeiner Variante hier irgendwo in den Untiefen meines Rechners auf irgendeinem Emulator, glaube ich. Aber so richtig gespielt habe ich es ehrlich gesagt nicht. Da gibt es ein paar kleine Unterschiede, habe ich irgendwo angelesen. Also es ist 1994 rausgekommen. Ich weiß, dass diese Porträt-Grafiken, dass die gefilmt sind, aber ob das bessere Sound-Effekte hat, das habe ich leider nicht rausbekommen. Also soweit ich weiß, war der Hauptunterschied tatsächlich dann, also in der Grafik, beziehungsweise in diesen Porträts, was du gerade sagtest, dass da tatsächlich echte Schauspieler involviert waren und die Dialoge mit so kleinen Filmsequenzen nachgespielt wurden. Ach, das ist auch okay. Und Sprachhaus gab es auch vollständig, weil da war ich mir auch nicht so ganz sicher. Ich habe bei der Recherche. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Was ich rausbekommen habe, ist, leider haben sie das Tagebuch entfernt. Das ist ja so eine Funktion in diesem Spiel. Da kommen wir gleich noch zu. Ja, 96 ist der Nachfolger erschienen, der zweite Teil. Vielleicht schaffen wir das ja auch mal. Das ist ein Monsterspiel. Und was wirklich schön ist, ist diese Big Box dazu. Die hast du ja, die habe ich ja leider, leider Gottes, in irgendein Wahn weggeworfen. Ja, das war so die Zeit der späten 90er, wo man dachte, man braucht den ganzen Scheiß eh nicht mehr und jetzt ärgert man sich. Ja, tatsächlich, ich habe sie wieder, muss ich sagen. Denn ich habe ja auch, also ich bin ja auch ein, was meine Sammlung angeht, eher ein Spätberuf. Ich habe ja auch erst in den letzten Jahren so angefangen, mir so ein paar Schätze wieder heranzuschaffen. Unter anderem halt auch diese Box. Und ich finde tatsächlich, sie ist mit einer der schönsten von dem, was bei mir im Regal steht. Also dieser Stil, diese Zeichnung da, wenn du vorne drauf guckst, siehst du halt in so einer netten, ja, ist das Comic-Grafik, könnte man sagen. Ja, also es ist eine Zeichnung, eine Comic-Zeichnung von Sherlock Holmes, wie er am Tatort steht, mit Pfeife im Mund und auf die Leiche blickt, quasi die erste richtige Szene im Spiel. Wunderschön gestaltet und es steht halt hier auch drauf, The Lost Files of Sherlock Holmes und erst auf der Rückseite kriegt man dann den Untertitel zu lesen, den du gerade auch schon nanntest. The Case of the Serrated Scalpel oder Skalpel, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht. Ich bin nicht so. Interessanterweise ist diese Box viersprachig. Also ich habe hier auf der Rückseite dann neben drei, vier Screenshots viermal den gleichen kleinen Text, einmal in Englisch, in Deutsch, in Französisch und was ist das, Italienisch? Ja, wahrscheinlich Italienisch, wenn ich das richtig erkenne. Also eine Multibox sozusagen. Eine Multibox, genau. Und nur ein kleiner gelber Aufkleber vorne drauf sagt mir, dass Software und Handbuch in Deutsch ist. War ja eigentlich auch nicht eine Selbstverständlichkeit. Also selbst diese paar Szenen mit der Sprachausgabe im Spiel, also im Intro und ein paar Zwischensequenzen waren ja auch komplett vertont in deutscher Sprache. Das war schon was Besonderes. Jo, das stimmt. Aber? Hatten so viele andere nicht und man merkt es an einer Tatsache auch, wenn ich hier die Box weiter auspacke. Dieses Spiel hat ganze neun Disketten. Wahnsinn. Und was für die Zeit, also wenn man das vergleicht, also wir müssen es vielleicht auch nochmal einorten 1992, was für ein wichtiges Jahr das war für die Adventure-Zeit. Denn 1992 ist das Jahr von Indiana Jones 4 und letztlich kann man auch noch sagen von Monkey Island 2, wobei das 91 erschienen ist, aber erst im Dezember. Richtig korrekt, ja, ja, das ist sehr spät 91. Also ich würde auch, da würde ich jetzt tatsächlich hundertprozentig zustimmen, ich würde es auch 92 irgendwie verorten. Ich meine auch in Deutschland kam es auch erst 92, wobei ich bin mir nicht sicher, vielleicht war es auch hier im Weihnachtsgeschäft schon zu haben. Ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall sind wir hier in einer Zeit, wo wirklich, ja, die ganz, ganz großen Klassiker, also wirklich das Beste, was das Genre hervorgebracht hat, auf den Markt kamen. Und in diese Zeit fällt halt auch dieses Sherlock Holmes, ein Erstlingswerk von einer bis dahin wirklich unbekannten Software-Schmiede. Und ja, sie gehen da schon mal einen anderen Weg, dass sie sich getraut haben, Sprachausgabe mit draufzupacken, zwar nur in ausgewählten Szenen, aber dafür neuen Disketten in Kauf zu nehmen. Das hatten andere zu der Zeit so nicht. Ich meine, Indiana Jones und Monkey Island, die hatten vier oder fünf maximal. Ich meine auch fünf hätte ich im Kopf, genau. Also die PC-Version, die Amiga-Version hatte, glaube ich, ein paar mehr Disketten. Ja, jedenfalls wollte ich dann, ich hatte eigentlich vorgenommen, und ich saß heute schon dran mit der Stoppuhr und wollte mal nachgucken, okay, wie lange braucht es eigentlich, von neun Disketten dieses Spiel zu installieren? Ja, und habe dabei leider festgestellt, dass meine Disketten nur noch Staubfänger sind. Die taugen es nicht mehr. Also habe ich mich ein bisschen geärgert. Die Disketten tatsächlich habe ich auch noch in so einer Diskettenbox auf dem Wohnzimmerschrank von meinen Eltern. Die sind natürlich eingepackt in eine Kunststofffolie, also die sollten nicht zustauben, aber ob die noch funktionieren, weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe damals, obwohl ich natürlich die Verpackungen frevelhafterweise weggeworfen habe, das Cover ist übrigens von John Jinx, falls einem das was sagt, ist ein Künstler. Aber ich habe wenigstens Images gemacht von den Disketten, die habe ich irgendwo mal abgespeichert, auf irgendeiner CD gebrannt, als es dann ging, aber wo die jetzt ist, weiß ich auch nicht. Aber ich hatte glücklicherweise das noch... Vielleicht muss ich mich da noch mal dran wagen, das wäre natürlich schön. Das definitiv, ja. Aber schade, es hätte mich wirklich mal interessiert, wie lange das gedauert hat, aber du wirst lachen. Also der wahre Retro-Freund, für den geht der nur Original. Emulator wird da quasi nur mit erhobener Nase ansatzweise angeschaut. Also ich mag auch Emulatoren, auch wenn jetzt alle Buch rufen. Was ich tatsächlich wirklich vermisse, ist sowas noch mal in die Hand zu nehmen. Also tatsächlich eine Diskette zu nehmen, die dann klack ins Laufwerk zu schieben. Ich glaube, das ist schon, was ich vermisse. Und die Disketten, die ich früher gekauft habe, die waren noch nicht formatiert. Es gab tatsächlich so 10, ich weiß nicht, ich glaube 5 Mark oder 6 Mark habe ich bezahlt für eine Packung Disketten. Und wenn man die formatiert gekauft hat, dann war das, glaube ich, nochmal so 3, 4, 5 Euro teurer. Und so viel Geld hatte ich früher nicht und ich brauchte halt für irgendwelche Datensicherung Disketten. Und dann wurde halt Samstagsabends beim Abendessen, klick, waren die Diskette fertig, wurden die Diskette wechselt und dann wurde halt quasi zwei Stunden lang formatiert. Oder anderthalb, ich weiß nicht mehr genau. Ja, das waren noch Zeiten. Definitiv. Aber ich sehe das auch so. Also ich habe auch nichts unbedingt gegen Emulatoren. Aber ich merke schon, dass es mir auch wichtiger wird, so komplett dann auch das alte Feeling zu haben. Und vor allen Dingen, seit ich diese Boxen auch sammle, die dann auch jedes Mal, wenn ich so ein Spiel starte und spiele, nochmal in die Hand zu nehmen, gucken, was lag dabei, in die Anleitung zu schauen. Und das ist hier bei Sherlock Holmes wirklich auch, also das Handbuch ist grandios. Ja, das ist bombig. Also ganz kurz, diese Haptik, also da würde ich wirklich sagen, vermisse ich. Aber zum Beispiel so Rückspulen und Speichern beim Emulator ist einfach unbezahlbar. Also das möchte ich jetzt auch nicht mehr missen. Aber ich verstehe schon, also dieses Gefühl, das anzufassen, das ist schon was Schönes. Ja, aber wie gesagt, also mein Geschmack ändert sich auch. Ich habe tatsächlich, also bei dir auf dem Kanal gibt es ja zufälligerweise auch ein sehr gutes, sehr empfehlenwertes Let's Play zu Sherlock Holmes, zu beiden Teilen, wo ich nochmal reingeguckt habe. Und da habe ich festgestellt, einer der Kommentatoren unter den ersten Videos war ich, der dir vorgeschlagen hat, schalt doch mal auf HQ-Filter. Aber das sind diese Weichzeichner-Filter, die ich damals irgendwie, das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her, als ich irgendwie relativ frisch drin war und dachte, cool, es gibt sowas wie Scum VM und man kann das alles irgendwie wieder spielen. Fand ich das aus irgendeinem Grund ganz, ganz schick. Habe ich heute, nutze ich heute gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Oder vielleicht denke ich in fünf Jahren auch wieder anders, aber im Moment mag ich meine Pixel wieder knackig und scharf. Ja, also diese Filter, die kommen ja nicht umsonst aus. Sie haben was Schönes. Und zum Beispiel auch bei dem, ich meine, bei einem T64-Emulator gibt es so eine Art Röhrenbildschirm-Emulation. Ja, das ist natürlich auch nochmal eine andere Nummer. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Also ich glaube, so ein paar Jährchen, oder wenn Leute einfach Lust haben, noch mehr zu programmieren. Und wenn die Rechenleistung immer stärker wird, dann denke ich, wird sowas auch immer, immer, immer besser. Jo. Musik ist von Rob Hubbard, übrigens. Kennst du Rob Hubbard? Nee, ich glaube nicht. Also vielleicht kenne ich noch Stücke von dem. Was hat er denn sonst so gemacht? Rob Hubbard ist für C64-Spieler ein Musikgott, unter anderem, sage ich mal. Ah, okay. Also eigentlich, ich kannte ihn tatsächlich nur vom C64, von Kommando. Ach, das ist Rob Hubbard. Rob Hubbard, ja, das ist natürlich wirklich legendär. Oder Monty on the Run, Human Race, Wizard, glaube ich noch. Das ist eine Spiel, das fand ich aber nicht so schön, aber die Musik war einfach toll. Und das war als Kind, ich weiß, ich habe das zu Weihnachten bekommen, das Spiel Sherlock Holmes. Aber auch nur, weil meine Mutter so Sherlock Holmes-Fan war. Und mit dem Spiel hat sie mich quasi angesteckt. Aber das war tatsächlich ein Name, Rob Hubbard. Oh, den kennst du doch irgendwoher. Den kann ich tatsächlich als Kind schon. Und das fand ich eigentlich schön, mal eine Person zu sehen oder zu lesen, die ich kenne. Ja, also was Musik angeht, aus der Zeit, da kenne ich eigentlich nur Chris Hülsbeck. Genau, das ist aber auch so. Der ist natürlich auch legendär. Legendär, definitiv. Und gut, der Rob Hubbard ist, glaube ich, ein Amerikaner oder Engländer. Chris Hülsbeck ist ja ein Deutscher. Den habe ich auch schon ein oder zweimal auf der Gamescom in Köln gesehen. Also das ist auch einer, der ist nicht abgehoben. Also der ist auf Augenhöhe. Dem hat man auch kurz gequatscht da auf der Gamescom. Das war eigentlich ganz, ganz nett. Ja. Ja, ich würde gerne jetzt noch mal zwei, drei Sätze zum Handbuch erzählen, weil ich das wirklich klasse finde. Erstmal geht das hier los mit einem Brief von Holmes an Watson, wo Holmes sich über Raubkopieren beschwert. Das finde ich auch sehr schön schon mal, so als Einstieg. Stimmt, ja. Und dann werden hier die Künstler erwähnt. Also es sind nicht irgendwie die Macher oder die Programmierer, sondern die Künstler. Ja, da hast du ja gerade auch schon was draus zitiert und ich finde das so klasse, weil es auch ein bisschen sehr arg überzeichnet ist. Also das ist so eine Glorifizierung. Also hier stehen dann so Sätze drin wie zum Beispiel über Scott Maver, den du erwähnt hast. Die Computerindustrie wird niemals mehr so sein wie früher durch sein großartiges Werk. Ja, oder ganz zum Schluss hier ein guter Tipp. Sollte Mythos-Software jemals an die Börse gehen, kaufen sie sofort Aktien. Oh gut, das habe ich noch gar nicht gelesen. Das ist sehr schön. Sofort Aktien kaufen. Die würde ich auch eher kaufen als Telecom-Aktien. Ja, jetzt im Nachhinein sollte man das besser nicht getan haben. Ja gut. Denn man kann glaube ich sagen, also von Mythos-Software sind genau drei Spiele erschienen. Und schon 96 nach dem zweiten Sherlock Holmes war Schluss. Ja, bitte. Da gab es sie nicht mehr. Die hatten zwischendurch noch so ein ganz merkwürdiges Spiel. Bodyworks Voyager hieß das von 94. Das ist so eine Mischung aus Lernspiel und Shoot'em Up, wo du irgendwie geschrumpft wirst und dann durch den Körper fliegst und irgendwelche Viren abschießt. Abschießt und aber was über den menschlichen Körper lernst oder so. Das war mir gar nicht bekannt. Das ist von Mythos-Software. Okay. Aber der Publisher war ja EA. Und damals war EA oder EAO, Elektronikarzt. Er hat ja noch drei Buchstaben gehabt, Elektronikarzt. EOA. EOA, genau. Und ja, die wollten auch was vom Kuchen abhaben. Das war ja, wie du schon eben erwähnt hast, ist richtigerweise die Hochzeit von Abenteuerspielen. Und auch Westwood war ja da groß im Kommen. Und die haben sich einen von Infocom abgeluchst. Und zwar den Christopher Erhard. Der sollte dann halt ein Spiel entwickeln. Und auch schon die Entwicklung des Spiels war letztendlich ein harter Kampf. Also er musste eine Demo abliefern. Das ist jetzt vielleicht nicht unüblich. Aber erst damit konnte er überzeugen, den Publisher weiterzumachen. Und witzigerweise sollte dieses Spiel eine Art Brettumsetzung des Parker-Spiels Kluedo werden. Also es war gar nicht so erstmal in erster Linie daran gedacht, hey, wir machen ein schönes Adventure raus. Obwohl die ja eigentlich von dem Kuchen was abhaben wollten. Aber die wollten es eher so Kluedo-mäßig machen. So mit ein bisschen ausschließen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Spiel? Ja, klar. Herr Grün und Frau Weiße, wie sind alle da heißen? Mit der Rohrzange. Vor Ort und so. Ja, ja, genau. Genau. Und ja, aber es ist dann glücklicherweise doch schnell zum Adventure gekommen. Ich bin froh drum. Aber auch immer während der Entwicklung drohte ständig irgendwie das aus. Und als es dann rauskam, die Verkaufszahlen waren nicht sehr hoch, weil jeder Shooter oder was auch immer war direkt auf Platz 1. Aber die Verkaufszahlen, die waren zwar vielleicht nicht hoch, aber über das ganze Jahr hinweg 92, 93 sehr stabil. Sodass man gesagt hat, okay, wir wagen den nächsten Schritt. Wir machen diese 3DO-Version mit der verbesserten Grafik. Und das hat anscheinend dann gefruchtet, weil man hatte genug Geld verdient, um halt an den zweiten Teil zu gehen, der auch sehr, sehr schön ist. Aber wie du schon sagtest, dann war es irgendwann vorbei. Und ja, sehr schade. Aber ich hätte gerne noch ein weiteres Abenteuerspiel gehabt, weil das nächste, was kam, war von Frog Software. Schöne kommt es, und der silberne Ohrring, glaube ich, hieß das. Und das war komplett in diesem 3D, also in diesem gerenderten auch ein bisschen. Das konnte überhaupt nicht, also das hat bei mir nicht, keine, ja, Freude. Wobei da ja einige von diesen Frogware Sherlock Holmes auch richtig großartig sein sollen. Ja, es gibt eins, glaube ich, mit der nicht, jetzt habe ich die ganze Zeit die Scum Engine im Kopf. Das ist natürlich nicht die, ach, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Nicht Unity, das andere, diese C++ Entwicklungs Engine, wo auch Fortnite. Ach, hier, Unity, nein, warte, das hast du gerade gesagt. Ja, genau. Ja, ach Gott, wie heißt die andere jetzt? Der ist so ein Spiele-Client, auch nicht GOG, nicht Steven, der andere, wo jeden Freitag ein Gratisspiel gibt. Die haben auf jeden Fall ein Entwicklungs-Spiel. Ja, hier bei Epic, ne, was ist denn das, ist das die Frostbite-Engine? Ne, ist es auch nicht. Ne, das ist die auch nicht, die ist von EA. Oh, jetzt können wir voll die Daumen runter. Ach, ja, da merkt man es wieder, ne, kaum geht es in den modernen Bereich, haben wir beide keine Ahnung. Genau, es gibt ein Entwicklungs-Engine C++, mir liegt es auf der Zunge, aber ich darf nicht drüber nachdenken, weil irgendwann fällt es mir da ein. Und da haben die ein Spiel entwickelt, Sherlock Holmes-Spiel, das ist wirklich sehr schön grafisch, es ist sehr, ja, man kann richtig eintauchen, aber diesen Punkt mit dem Eintauchen, das würde ich gerne mit dir gleich in einem späteren Zeitpunkt besprechen, weil das gelingt nämlich diesem Spiel auch sehr, sehr gut. Ja. Vielleicht noch ein Punkt, so allgemein für mich, man konnte ein Spiel zwischen verschiedenen Schriftarten wählen. Das kann man in Einstellungen machen, eine, ja, sehr gut lesbare Schrift, also Arealschrift, so eine Art Arealschrift und eine schöne, ja, so, ja, englische, viktorianische Schriftart mit Schnörkeln und sowas, das finde ich ein sehr schönes Gimmick und das habe ich bisher in keinem Spiel auch irgendwie so erlebt, fand ich irgendwie ganz nett. Ja, modernere Spieler, die bieten das wieder so an, ich meine Thimbleweed Park, da konntest du zwischen einer modernen und einer Retro-Schrift wechseln, aber das hat ja andere Hintergründe. Stimmt, das war diese... Ja, das fand ich auch, ich habe immer dann den Mittelweg genommen, da gab es drei Schriftarten und ich habe mir die mit dem bisschen schnörkeln. Genau, habe ich auch gemacht. Immer ausgesucht. Die andere war wirklich schwer zu lesen, muss ich sagen. Ja, das stimmt. So, jetzt haben wir mal wieder hier über 20 Minuten nur an unserem Intro herumgesprochen. Genau. Ja, wird ja bestimmt wieder klasse mit unserer Stunde hier. Das werden wir schaffen. Im nächsten Teil werden wir uns ein bisschen um die Geschichte, Handlung, Charakter, Hintergrundgeschichte unterhalten. Genau, und dann hangeln wir uns so durch und kommen zur Technik und hinterher werden wir natürlich das Ganze auch nochmal ein bisschen weiter aufmachen vom Spiel weg und dann mal gucken, was passt dieses Spiel eigentlich zu dem Sherlock Holmes, den wir aus der Literatur kennen und was sind da vielleicht Gemeinsamkeiten oder Unterschiede. Das wird auch nochmal spannend. Genau. Dann bis gleich. Bis gleich. Lost Falls auf Sherlock Holmes, hast du es ja eben im ersten Teil erwähnt, hast du eine Idee, warum das Lost Falls heißen könnte? Oder warum sind eigentlich die verlorenen Fälle? Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es, also Dr. Watson war ja immer der Chronist, der das immer aufgeschrieben hat und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war die Idee, dass das ja eigentlich ein Fall ist, der schon lange bekannt war, aber halt aus einem verlorenen Manuskript von Watson kommt. Genau. Was dann erst quasi 1990 wiederentdeckt wurde. So habe ich mir das erklärt. So habe ich mir das auch erklärt. Und die Geschichte, die wir hier in dem Spiel erfahren, die beginnt im November 1888 an einem vernebelten, regnerischen Abend. Und in einer Gasse steht eine junge Schauspielerin, Miss Sarah Carroway, wird beobachtet von ihrem Mörder letztendlich. Und diese schreckliche Tat, da wird Scotland Yard dazu gerufen, Inspektor Lestrade, ein bekannter Mitspieler hier im Sherlock-Holmes-Universum. Er bittet Sherlock Holmes und seinen Freund Dr. Watson zu helfen bei den Ermittlungen bei diesem Mordfall. Und zwar, die Dame wird ermordet, quasi mit einem Skalpell getötet und Inspektor Lestrade, so wie Sherlock Holmes immer sagt, der ist sehr oberflächlich, der glaubt an eine weitere Tat von Jack the Ripper. Aber Sherlock Holmes, er ist sich von Anfang an sehr sicher, dass es nicht die Tat des Rippers ist. Denn das Skalpell, was dafür benutzt wird, ist halt gezackt. Und das ist halt ungewöhnlich. Die Ermittlungen führen Sherlock Holmes und seinen Partner Dr. Watson in das viktorianische London des 19. Jahrhunderts. Wir haben mehr als 50 Schauplätze. Und die Frage, die sich stellt, dieses gesagte Skalpell, wird das, das habe ich so ein bisschen beim Spielen nicht mehr so mitbekommen, ist das wirklich so ein zentrales Element oder ist das tatsächlich nur zu Beginn des Spiels? Du hast es ja ein bisschen frischer in Erinnerung, hast es ja kürzlich gestreamt. Ja, also es ist schon ein zentrales Element. Es ist letztlich das, also die Mordwaffe wird im Verlauf des Spiels dann ja auch gefunden und überführt letztlich auch den Mörder. Also schon ein zentrales Element, ja, würde ich so sagen. Ich habe es eben erwähnt, also ich habe das irgendwo gelesen, ob das stimmt, mehr als 50 Schauplätze. Also wir sind ja quasi in London unterwegs. Was ich sehr schön finde, wir haben ja eine Übersichtskarte von London und die einzelnen Schauplätze, die wir besuchen können, die können wir mit einer Droschke bereisen. Und ich habe mal versucht zu überlegen, nochmal aufzuzählen, wie viele mir einfallen. Also so viele fallen mir gar nicht ein. Also das Theater, da sind wir ja zu Beginn. Ja, ich glaube, wenn, also 50 finde ich jetzt auch viel. Ich glaube, du kommst auf 50, wenn du jeden einzelnen Raum, also jeden einzelnen Bildschirm quasi mitzählst. Also quasi die Gasse und dann das Hinterhof, äh, Quatsch Hinterhof, das vom Theater, das Zimmerchen, wo die Sarah war. Genau, dann wärst du schon bei zwei, obwohl es halt ein Ort ist, den du besuchst. Ich denke mal, dass es so gemeint ist. Wobei auch dann ist 50 ja nicht gerade wenig in der Zeit. Definitiv nicht. Ja, und es ist ganz spannend, weil man besucht tatsächlich sehr viele verschiedene Orte da in London. Man ist von, bis zu den ganz hohen Herrschaften, in irgendwelchen Villen ist man bis in den tiefen Gassen und Gossen unterwegs. Und wie du sagtest, man taucht wirklich ab in dieses viktorianische London. Und wirklich, man hat, wie ich finde, es ist sehr gut die Stimmung und die Atmosphäre getroffen. Und mir ging es so, auch jetzt beim Wiederspielen, ich war sofort drin, so von der Atmosphäre. Und es hat mich, es hat mich tatsächlich gepackt. Ja, das, die, die Musik bringt ein großes Teil dazu. Die, die, die Grafik, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber, wie du schon richtig sagst, das heißt, das führt einen richtig rein. Denn man hört es ja immer oder man liest es ja in vielen Geschichten früher, also London, 1888, schon ein bisschen schmutzig, düster. Aber das wird auch eingefangen im Spiel. Und wenn ich dann die vielen Personen, die wir befragen, die Orte, die wir untersuchen, wenn wir die besuchen, die sind immer passend zu der Person. Also, später, wenn wir Lord Brummel besuchen, haben wir dieses, ja, riesige Anwesen, wenn wir bei der Miss Carraveille sind. Das ist ja wirklich ein, ja, sehr ärmliches Zimmer. Und, ja, so Parfümflächen, das sind für die irgendwas Wichtiges, was Wertvolles. Bei dem anderen ist es der Marmorfußbuch, diese riesen Marmortreppe oder was es da alles gibt. Das ist sehr schön eingefangen. Das, finde ich, hat der Grafiker eigentlich auch, ja, da er sich selber tatsächlich ein Werk erschaffen geschaffen. Ja, auf jeden Fall. Genau, also Grafik und Technik, da gehen wir gleich nochmal genauer ein. Ich finde halt auch die Geschichte, die sich dann da entspinnt. Also, erstmal vom Genre sind wir relativ klassisch. Das ist Murder Mystery, ja, also, oder ein klassisches Whodunit, wie man es ja auch so schön nennt. Also, wer war es? Wir haben einen Mordfall, wir wissen nicht, wer es war, wir sind uns nur sehr früh sicher, Jack the Ripper war es nicht. Ja. Und müssen dann gucken, wer war es. Und, wie du gerade sagtest, bei mir ist es jetzt ja noch gar nicht so lange her. Ich habe es hier kurz vor dem, vor unserer Aufnahme auch nochmal gespielt. Und ich hatte eine ganze Menge wieder vergessen, was ich sehr schön empfand beim Wiederspielen, weil ich wusste zwar noch, wer der Mörder ist tatsächlich, das hatte ich mir gemerkt. Allerdings wusste ich nicht mehr, dass ich dann erst ein Drittel des Spiels rum hatte. Und dass sich dann quasi der Fall ja nochmal ganz neu auffächert. Und das war für mich wirklich nochmal ein klasse Erlebnis, weil, wie der Fall dann weiterging, ich hatte das alles vergessen. Das ging mir aber wirklich genauso. Ich habe das ja, also, schon ein bisschen länger jetzt her, wo ich es gespielt habe. Ich habe, ich glaube, einmal länger reingeguckt bei dir, einmal, zweimal habe ich es verpasst. Aber das ging mir tatsächlich ähnlich. Und ich glaube, wo man, sage ich mal, viel vergisst und wo man auch wieder trotzdem sehr gut reinkommt, ist auch ein bisschen die Spielweise oder das, was die Autoren des Spiels eigentlich wollten. Weil wir müssen, um zu den Ergebnissen zu kommen, die wir uns quasi selber erarbeiten, wir müssen halt sehr viele Gegenstände untersuchen, wir müssen Zeugen befragen, wir müssen uns mehrmals, vielleicht sogar mehrmals die Person befragen oder auch Gegenstände mehrmals angucken. Was vielleicht so ein bisschen auch vielleicht so ein bisschen das Beinchenstellen ist, weil es doch leicht linear wirkt. Aber das ist so ein Punkt, was vielleicht die Erklärung ist, dass man sagen kann, okay, wann hat das zwar gespielt und jetzt hat man doch wieder doch einiges nicht mehr in Gedächtnis gehabt. Also wäre es meine These. Ja, vor allen Dingen finde ich diesen Fall einfach auch spannend, der sich dann da entspinnt. Und wie du schon sagtest, man weiß relativ schnell, wer der Mörder ist, aber die ganze Hintergrundgeschichte, wer da alles dahinter steckt, wer die Strippen zieht, das ist, das ist, ja, das ist. Das kommt halt alles deutlich später raus. Und ich finde auch, also so richtig linear vom Vorgehen her, finde ich es gar nicht nicht. Also du hast eigentlich ständig mehrere Spuren, denen du folgen kannst. Also schon relativ schnell am Anfang, also klar, es ist dieser Mordgeschehen und dann ist natürlich das Erste, okay, mit wem hatte denn die ermordete Kontakt. Und dann gibt es eigentlich relativ schnell drei Personen, die dann so in den Fokus geraten, also ihr Liebhaber, ihr Freund. Dann hatte sie wohl auch noch einen, ja, einen Stalker oder ich sag mal einen sehr, einen Fan, einen aus ihren Theaterstücken, der sie da ständig irgendwie belagert hat. Und dann gibt es noch Kontakte zu der Schwester, die aber irgendwie komischerweise auch nicht mehr da ist. Und dann ist man erst so dabei zu gucken, okay, von diesen, diese drei Spuren zu verfolgen und man hat halt die freie Wahl letztlich, wo geht man zuerst lang und stolpert dann mehr oder weniger zufällig dann dahin, dass es doch noch wer Viertes war. Wo ich jetzt hier aber auch zu einer Sache direkt komme, die ich, also ich habe es danach echt auch nochmal versucht nachzuvollziehen, aber ich weiß nicht, wie wir auf diesen Mörder kommen. Also ich weiß, wie das spieltechnisch funktioniert und welche Sachen ich anklicken muss, aber für mich ist dann diesen ersten Mörder zu finden mehr oder weniger Zufall. Ich weiß nicht, ob du meinst, weißt du, wo ich jetzt meine, aber es gibt eine Stelle in dem Spiel, wo man so ein Blumenmädchen befragt und man befragt dieses Blumenmädchen, weil man rausfindet, dass dieser Stalker, dieser starke Fan ihr halt Blumen geschickt hat und diese Blumen wahrscheinlich von diesem Blumenmädchen kommen. Das kriegt man ganz Sherlock Holmes mäßig raus, indem man da ja erstmal eine schöne chemische Analyse von der Färbung der Blütenblätter macht und dann Wiggins und seine Straßenjungs, die man auch aus den Büchern kennt, dann losschickt, um diese Blumen zu finden. Und so kommt man dahin und sucht eigentlich, wie gesagt, diesen Fan und wenn man sich mit ihr unterhält, erzählt sie dann aber von einem ganz anderen Mann. Und dieser Mann, der stellt sich dann halt hinterher als der Mörder raus. Und da habe ich nicht verstanden, wo da der Zusammenhang ist. Das stimmt, ja. Ob das einfach ein Plothole ist, ob ich was übersehen habe, was ich echt nicht ausschließen will bei dem Spiel. Aber als ich das gespielt habe, dachte ich, Moment, Moment, wieso kommen wir denn jetzt, warum folgen wir denn jetzt auf einmal da zwei Leuten? Ich denke, dass das vielleicht auch der Kommissar Zufall ist, dass dieses Blumenmädchen irgendwas mitbekommen hat und wenn bei der Befragung halt in diesem Blumenmädchen halt diese Spur dann auftritt, vielleicht ist es einfach ein harter Bruch im Spiel. Ich denke, da das Spiel so aufgebaut ist, dass man sehr viel untersuchen muss, dass einem da kaum Informationen flöten gehen. Also mit dem Linear, wir hatten es auch in der Vorbesprechung ein bisschen, das ist ein bisschen hart von mir ausgedruckt, also mit dem Linear bezog ich mich tatsächlich auch eher so auf diese manche Abfolgen, die man im Spiel machen muss. Also man sieht, sag ich mal, irgendeinen Gegenstand, man weiß, okay, dann würde ich es gerne haben oder den würde ich gerne untersuchen, aber der ist gar nicht anklickbar. Erst wenn ich mit einer anderen Person gesprochen habe beispielsweise, dann kann ich diesen Gegenstand untersuchen. Das finde ich hat Vor- und Nachteile, also Nachteile, ganz klar, wenn ich das irgendwie schon sehe in der Grafik, das möchte ich irgendwie benutzen, ich kann es nicht, dann ist man vielleicht ein bisschen gefrustet. Aber andererseits, man kommt ja eigentlich erst durch die Ermittlungen dazu, sich das dann mal näher anzugucken. Also von daher ist es auch nicht unbedingt ein Negativpunkt. Ja, also das sind so, also im Grunde würde ich das auch so sehen, dass das in sich oft logisch ist, andererseits ist das eine Art von Spielmechanik, die aus guten Grund danach kaum noch benutzt wurde. Denn ja, ich sag mal, Dinge dann nochmal anzugucken, erst nachdem man mit einem bestimmten Typen gesprochen hat, wo man eigentlich denkt, das habe ich mir ja schon angeguckt. So, da muss man ja dann auch erst mal drauf kommen. Und das sind vielleicht so kleine Elemente in dem Spiel, die ich so auch vom Design ja auch nicht ganz so pralle fand, muss ich ehrlich sagen. Das ist das Ziegenrecht. Also das war tatsächlich ein bisschen ungünstig. An einer Stelle hing ich dann auch erst mal eine Weile, weil ich nicht drauf gekommen bin, mir genau dieses Objekt noch ein zweites Mal anzugucken, nachdem ich erst mit Leuten gesprochen hatte. Aber gut. Also so richtig fest hingen, ich glaube, das geht in dem Spiel fast gar nicht. Nee, das stimmt. Es sind ein paar Sachen, die finde ich ein bisschen komisch. Also weil du das Blumenmädchen gerade ansprichst, ist das ein guter Punkt, das fällt mir gerade ein. Denn man möchte ja, glaube ich, das Fass leeren oder in Fass irgendwas untersuchen. Und die protestiert ja, nee, nee, da lege ich meine Blumen rein, damit die schön frisch bleiben. Das Wasser darf ich halt nicht rausnehmen, aber die Blumen lege ich einfach zur Seite und gucke dann rein. Das fand ich ein bisschen... Ja, die Blumen schmeißt du einfach weg, die da drin sind. Ich schmeiße sogar komplett weg, legst ja nicht unbedingt daneben. Ja, der kippt einfach diesen Korb aus und genau. Ja, und so stuft dann in seiner Hums... Wobei, das passt ja auch zu der Figur von Sherlock Holmes. Der ist ja auch recht unsentimental, wenn es um solche Dinge geht. Definitiv. Also das muss man sagen. Also viele Filme, die Sherlock Holmes da verkörpern, die sind in einem etwas schöneren Bild. Also da gibt es, glaube ich, eine BBC-Serie mit Sherlock Holmes und Dr. Watson, die kommt dem wahren Charakter eigentlich schon ein bisschen näher. Mit BBC meinst du das Moderne, den Sherlock von Cumberbatch? Nee, die hatten, glaube ich, mit... Ich habe leider jetzt den Namen vergessen, deswegen wollte ich da so dezent drüber hinweg gehen, um nicht mir eine Blöße zu zeigen. Aber nein, es gibt tatsächlich eine... Ich meine, es wäre auch auf jeden Fall eine englische Produktion. Ich meine, es wäre auch BBC gewesen. Eine ältere, aus Anfang der 90er. Jeremy Scott? Nee, ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen, aber auf jeden Fall... Meinst du Jeremy Brett? Ja, Jeremy Brett, genau. Ah, ja. Der verkörpert den Sherlock Holmes schon eher so, wie ich den aus diesen Büchern kenne. Ja, ja, grandios. Den hätte ich auch noch erwähnt, weil... Okay, dann kommen wir da gleich auch noch zu. Da kommen wir dann am Ende noch mal zu, wenn wir da den Vergleich ziehen. Genau. Aber du hast es eben sehr schön erzählt, es ist eine Detektivgeschichte mit wirklich überraschenden Wendungen. Es gibt ja nicht nur einen Todesopfer. Genau. Ich würde sagen, also wie beim letzten Mal auch, wir reißen hier natürlich Story-Elemente an. Wir werden jetzt aber nicht die komplette Story nacherzählen, sodass es auch... Also wenn ihr jetzt hier durch das Hören noch mal Lust habt, das selber noch mal zu erleben... Ja, auf jeden Fall. Wollen wir es nicht komplett vorwegnehmen, aber nur so viel tatsächlich. Also wenn du den Mörder gefunden hast von dem ersten Opfer, dann geht es, von meinem Empfinden, erst richtig los. Wobei, dazu muss ich auch sagen, das war vielleicht deswegen so, weil, wie gesagt, das wusste ich noch von vorher. Deswegen habe ich es auch ein bisschen forciert und bin erst den Spuren nachgegangen, die zu ihm geführt haben. Es ist mit Sicherheit auch möglich, erst noch viele andere Dinge um das Drumherum und die Drahtzieher herauszufinden, bevor man auf den Mörder kommt. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch, das ist von der Story auch an manchen Stellen so gewünscht, denn das ist vielleicht der Nachteil daran, dass es doch relativ offen und unlinear ist, zumindest von den Schauplätzen, was du wann besuchen willst, dass ich an einigen Stellen vom Spiel in Dialogen hieß es dann, ja, und wir suchen noch den Mörder und so, obwohl der längst hinter Schloss und Riegel lag. Also da hast du, glaube ich, relativ viele Freiheiten, was du wann an welcher Stelle machst. Ja. Das ist richtig. Ein sehr schönes Element ist der Labortisch, den hast du eben erwähnt mit den Blütenuntersuchungen. Da hatte ich damals als Kind, als ich das gespielt habe, so ein bisschen Angst oder Befürchtung, dass mal irgendwas da, dass es sehr, sehr komplex sein würde. Es ist relativ einfach gehalten, aber ein schönes Element, was dieses Untersuchen von Scholekums einfach nochmal festigt. Also man kann, es ist für mich ein weiteres Element, nochmal tiefer ein bisschen abzutauchen in das ganze Scholekums-Universum, dass man das auch mitmachen kann. Wie gesagt, ich kenne das von Büchern, von den Filmen und dann kann man es endlich mal selber machen und auf die Spuren kommen und das ist richtig Ermittlungsarbeit. Wobei das, was du wirklich tun musst, du sagtest es gerade, eigentlich musst du immer nur auf Benutzen klicken und dann macht er automatisch. Man kann auch nichts Falsches mischen, aber theoretisch kann man alles anklicken. Irgendwann sagt er, okay, das kommt rein, das kommt rein und das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Also man kann ja nichts Falsches machen. Deswegen, wie gesagt, aber es war so die erste Befürchtung, als ich das dann am Labor-Tisch saß, um Gottes Willen, also ich kenne die ganzen Chemikalien ja gar nicht. Ja, genau. Ja, das ist eine von, glaube ich, zwei Momenten in dem Spiel, wo man das Gameplay so ein bisschen verlässt. Also da gibt es einmal den, wie gesagt, den Labor-Tisch. Und dann gibt es ja noch, wenn man beim Blumenmädchen ein bisschen weiter geht in dem Pub, noch eine Sportsequenz, eine Actionsequenz, wie auch immer du es nennen willst, wo gedartet wird. Da gibt es übrigens Gerücht, EA Sports, also es gibt böse Zungen, die sagen, EA ist verantwortlich, dass das Dartspielen da drin ist. Ach was. Mythos wollte das nicht. Ob das stimmt, weiß ich nicht, wie gesagt, das ist wirklich ein Gerücht. Ich weiß nicht, ob das in diesem Hintbook stand, in der Packungsbeilage oder ob das irgendwo im Netz sich aufgefangen hat. Ich habe ja jetzt so viel jetzt gelesen da, kann ich leider nicht mehr sagen, aber ich könnte das denen schon gut zutrauen. Ja, ja, das EA da, ich meine, wir sind bei den frühen 90ern, da gehörten sie noch nicht ganz zu Achsen des Bösen, glaube ich. Richtig, ja. Aber dass der Publisher auch damals schon gesagt hat, so und so hätte ich es gern und ich gebe hier schließlich das Geld. Also macht mal so. Das glaube ich schon. Das kann ich mir gut vorstellen. Und das habe ich leider verpasst in deinem Stream. Wie war das Dartspiel? Erzählst du. Ach, relativ gut. Also ich habe, mir hat es tatsächlich Spaß gemacht. Ja, macht doch Spaß, ja. Ich habe dann beim, tatsächlich beim vorletzten Gegner, habe ich länger gebraucht, den zu besiegen, als dann hinterher beim Barkeeper. Also man muss da ja vier, glaube ich, vier Leute dann letztlich im Daten besiegen, bis man dann auf einen heißen Tipp kommt. Und das war tatsächlich gar nicht so einfach, weil die späteren Gegner tatsächlich ziemlich gut sind und oft das Bullseye treffen. Ja. Wobei die Triple 20 ja mehr Punkte gibt, oder? Ja, genau. Und auf die habe ich es dann auch gesetzt und damit habe ich es dann, glaube ich, auch gewonnen. Das war dann auch später meine Taktik, genau. Aber da würde ich gern noch was zum Schluss sagen mit dieser Taktik. Aber ja, Dartspiel und Labortisch, das sind zwei Dinge. Aber jetzt so rückblickend würde ich die gar nicht vermissen wollen. Auf gar keinen Fall. Als Kind fand ich das auch immer die coolste Stelle, weil da irgendwie, das mochte ich ganz gerne. Wobei vielleicht eine Sache möchte ich noch gerne erwähnen, die auch nichts mit dem Spiel direkt zu tun haben, die aber auch für mich bislang oder zu dieser Zeit einzigartig waren, die ich auch stark genutzt habe. Das Tagebuch von Dr. Watson. Er schreibt ja mit. Man konnte das sogar ausdrucken oder als Textdatei quasi speichern und später drucken. Und so viele hören ja eh nicht zu, aber ich muss es jetzt einfach sagen. Ich habe es tatsächlich getan. Ich habe es ausgedruckt und ich habe es nochmal nachgelesen abends. Ach echt? Ja. Stark. Weil ich das so spannend fand und so schön. Der hat ja teilweise die Sätze, die die gesprochen haben, ja eins zu eins übertippt. Ja, genau. Oder reingetippt. Und das nochmal nachzulesen war eigentlich eine schöne Sache, um auch ein bisschen drin zu bleiben. Weil ich habe ja schon ziemlich lange gebraucht für das Spiel und auch nicht ganz alleine geschafft. Aber ja, da würde ich ganz zum Schluss noch kurz drauf kommen. Ja, dieses Tagebuch. Also ich finde die Idee auch klasse. Ja. Ich selber habe es gar nicht so viel genutzt, aber alleine diese Möglichkeit zu haben, alles nochmal nachzulesen und dann auch mit einer Suchfunktion, die auch recht gut funktionierte. Als ich es dann tatsächlich ausprobieren wollte, fand ich es dann ehrlich gesagt dann doch nicht ganz so bequem zu nutzen, auch mit dieser Suchfunktion, bis du dann die Stelle gefunden hattest, die du nochmal nachlesen wolltest. Aber an sich, also so ein Skript zu haben, wo du quasi das ganze Spiel, deinen ganzen Fortschritt, alle Orte, die du besucht hast, alle Gespräche, die du geführt hast, nochmal nachlesen kannst. Es passt halt total zu Holmes und Watson, weil Watson das ja auch genauso immer getan hat. Schon eine spannende Idee. Ja, ansonsten kann man, glaube ich, zum Thema Gameplay gar nicht so viel sagen. Ich meine, beim Starten wird am Anfang auch schon eingeblendet EA Interactive Story und es hat auch an vielen Stellen eher was von einer interaktiven Geschichte als wirklich von einem Adventure Game mit starken Rätseln. Das war auch so eine der Hauptkritikpunkten, die es damals an dem Spiel gab. Also grundsätzlich hat das ganz gute Kritiken gekriegt, meistens so im 80er Bereich, so 85 von 100 gab es, glaube ich, bei der PC Games damals. Also es ist sehr gut angekommen, nur wie gesagt, was oft bemängelt wurde, war, dass von der Komplexität her, dass eigentlich einem Holmes auch gar nicht würdig ist. Also dass die intellektuellen Fähigkeiten eines Holmes gar nicht genug gefordert werden, weil du im Grunde nur die Orte abgehen musst, dann die Gespräche führen musst. Du kriegst auch, wenn du mit den ganzen Leuten sprichst, mit den Verdächtigen, kommt es zu wenig Gegenwehr oder wenig, ja, dass die Leute sagen. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der dich anlügt zum Beispiel. Die meisten sagen dir relativ schnell die Wahrheit und wenn nicht, dann hast du direkt die nächste Dialogoption, wo du ein bisschen Druck ausübst und dann sagt er halt die Wahrheit oder er sagt dir, was du tun musst, bis er dir die Wahrheit sagt. Also das Dartspiel ist ein Beispiel dafür, wo der Wirt halt erst sagt, nee, sage ich nicht und dann ja, aber wenn ich dich im Daten besiege, ja gut, dann schon. Das ist ein schöner Punkt, den du eröffnest, darüber habe ich noch gar nicht so die Gedanken gemacht, also du warst, stimmt, du warst gar nicht angelogen, du wenig Gegenwehr. Ein interessanter Punkt, da habe ich noch gar nicht so die Gedanken darüber gemacht, das stimmt, ja. Man kann letztendlich abklammern, aber trotzdem, ich hatte damals eine lange Spielzeit, also es ist jetzt... Ja, hatte ich jetzt beim Wiederspielen auch, wobei das halt auch daran liegt, dass es viele lange, gutgeschriebene Dialoge halt gibt in dem Spiel. Also man ist ja ständig am Lesen und am Gucken und auch jedes Objekt, was du dir anschaust, also wenn du dir Zeit nimmst für das Spiel und dich wirklich auch umguckst, wo ich sagen würde, das muss man auch tun, weil dieses viktorianische Flair, also das kommt ja nicht nur durch Grafik und Sound, wo wir gleich noch drüber reden, sondern vor allen Dingen auch, finde ich, durch die... Liebevolle Beschreibung der ganzen Welt, also du kannst ja fast alles dir angucken und untersuchen und dann erzählt dir Sherlock Holmes ja dann auch einen halben Roman dazu, zu was das ist, wie alt das ist, warum es abgenutzt ist, was man damit tut. Und so kriegt man wirklich auch lebendig vermittelt, also diese Alltagsgegenstände, die man dann sieht, die man vielleicht auch aus so Kulissen, aus Filmen kennt, die werden dir dort auch nochmal erklärt, was das ist, warum das da ist, wie alt das ist und wofür es benutzt wird. Und das sorgt dafür, dass, also mir ging es zumindest so, dass ich noch viel tiefer drin war in dieser Viktoria, in dieser Zeit halt und das alles für mich noch viel glaubwürdiger wirkte. Das stimmt, aber auch die Interaktivität mit Dr. Watson, man kann ihn ja auch zwischendurch mal befragen, gibt ja auch Tipps dazu, dass das spielt sich alles passend ab. Gut, man kann ja wahrscheinlich ein bisschen schneller lesen, als wenn man es vorliest, aber letztendlich, wenn man sich das genau anguckt, ja, dann, ach, ich bekomme wieder Lust, also nochmal den eindringenden Aufruf an die Zuhörerinnen und Zuhörer spielt es, wenn ihr ein bisschen Spaß an Abenteuerspielen habt. Genau, also wenn ihr Krimis mögt, wenn ihr Sherlock Holmes mögt, dann ist das ein Fall, wenn euch Pixelart nicht abschreckt, dann finde ich auch, sollte man sich diesem Fall mal zuwenden. Und Pixelart ist ein sehr schöner Übergang für unser nächstes Thema gleich. Genau, bis dahin. Und da melden wir uns zurück zum nächsten Unterpunkt, zum Thema Technik, der jetzt leider eine Woche später aufgenommen wird. Mir ist da leider ein Fehler unterlaufen bei unserer letzten Aufnahme, da als wir dabei waren, uns schon fleißig zu unterhalten und auch beim Thema Sound und Musik waren, habe ich es für eine gute Idee gehalten, in meinen Soundeinstellungen was nachzuschauen. Ja, was dazu führte, dass meine Tonaufnahme gesagt hat, nö, dann mache ich nicht mehr mit, ich spiele nicht mehr mit. Und deswegen nehmen wir jetzt quasi die zweite Hälfte unseres Podcastes nochmal neu auf, was natürlich den Nachteil hat, dass wir jetzt einige Sachen schon mal besprochen haben, die wir jetzt einfach nochmal besprechen. Hat auf der anderen Seite aber auch den Vorteil, dass so ein paar Sachen aus den ersten Teilen wir nochmal nachrecherchieren konnten, beziehungsweise uns auch einfach wieder eingefallen sind. Weil natürlich war es die Unreal Engine, auf die wir nicht gekommen sind im ersten Teil. Ein bisschen peinlich, aber gut, jetzt ist es uns wieder eingefallen und jetzt sind wir wieder da und jetzt unterhalten wir uns über die Technik. Genau, wir beginnen mit Grafik und Animation. Wir hatten ja schon eingangs gesagt, dass bei diesem Spiel etwas Besonderes ist. Es gibt diese sogenannten Porträtsaufnahmen, Porträtaufnahmen. Das heißt also, wenn die Personen sprechen, dann bekommt man das Porträt der entsprechenden Person in groß dargestellt. Und das finde ich, das macht das Ganze etwas persönlicher und einfach netter. Ja, das hat den großen Vorteil, dass wir sind halt wie gesagt in der VGA-Zeit. Das heißt, wir haben 320 mal 200 Pixel bei 256 Farben. Da muss man sich natürlich sehr genau überlegen, wie man jedes einzelne Pixel nutzt. Und diese Nahaufnahmen, diese Porträts haben natürlich den riesig großen Vorteil, dass wir dadurch viel mehr Details in den Gesichtern erkennen können. Das hat es ja glaube ich auch in der letzten Aufnahme gesagt, dass die Figuren selber, die sind sehr schwammig, beziehungsweise mit sehr wenigen Pixeln gepixelt. Man kann die Gesichter dann kaum erkennen in dieser kleinen Aufnahme. Ja genau, also man kann die Porträts ja tatsächlich auch ausstellen und das ohne diese Porträts spielen. Allerdings geht da eine Menge verloren, weil genau wie du sagtest, die Porträts oder die Gesichter in den richtigen Figuren, die man auch umherlaufen sieht, die haben leider sehr wenig Details, sehr wenig Mimik. Es ist auch farblich relativ wenig Kontrast in den Gesichtern zu sehen. Und ausgeglichen wird das eben durch die Porträts, sodass die Schwäche im eigentlichen Charaktermodell, weil das finde ich tatsächlich, wenn wir über Grafik sprechen, etwas, was mir in dem Spiel nicht ganz so gut gefällt. Die Charaktere an sich, wie sie gehen, wie sie stehen, wie sie dargestellt sind. Ich finde, das hätte ein bisschen detailreicher sein können. Ich finde auch manchmal so, wie sie laufen und wie sie ihre Arme halten, sieht nicht wirklich natürlich aus, meiner Meinung nach. Das wird aber durch diese Porträts wunderbar kompensiert. Dass es anders geht, sieht man ja an anderen Adventures, zum Beispiel bei LucasArts. Also mir fällt beispielsweise jetzt Monkey Island 2 ein. Da hat man auch besonders Wert drauf gelegt, auf Mimik, glaube ich. Also die Szene, wo Guybrush zum Beispiel in die Küche springt, in die Schiffsküche und wieder hochkommt, dann sieht man richtig so das Grinsen oder die Augen zwitschern. Oder zwitschern, äh, Augen klimpern. Und das hat man schon Wert drauf gelegt. Also es war zur damaligen Zeit auch anders möglich. Aber vielleicht hat man sich auch da gedacht, da legen wir nicht so Wert drauf. Deswegen nehmen wir diese Porträts. Also eine sehr gelungene Sache. Genau, das ist eine, so wurde es dann eine ganz runde Sache. Genau, insgesamt wie gesagt, die Charaktere und auch die Animationen der Charaktere, das hätte ein bisschen besser sein können. Weil gerade, wie du sagst, Monkey Island oder generell da die Konkurrenz von LucasArts war da doch schon weiter, hat sich mehr Mühe gegeben oder mehr Wert drauf gelegt, dass auch Bewegungsabläufe interessanter sind, dass es da was zu gucken gibt. Letztlich, was Animationen, was Bewegungsabläufe angeht, da zeigen die Figuren in diesem Spiel nicht so viel. Dafür, finde ich, sind die Standorte, also die sehr vielen Standorte, die wir, oder die Bilder, die wir sehen in dem Abenteuerspiel, sehr schön und liebevoll gepixelt. Also es ist sehr detailreich gepixelt, es sind sehr schöne Gegenstände zu sehen. Manchmal, zumindest war das mein Eindruck, dass sie so ein bisschen leicht verschwommen sind. Aber die, auch die Farbauswahl ist eigentlich sehr gut getroffen. Also es ist für die Zeit ein, ja, sehr schön gepixeltes Spiel. Das muss ich auch sagen. Also diese Hintergrundbilder sind wirklich hervorragend. Ich finde, sie fassen diese Atmosphäre, fangen sie sehr gut ein. Dieses viktorianische London wird total gut dargestellt. Man bereist die, also man hat tatsächlich verschiedene Tageszeiten, je nachdem, welchen Schauplatz man gerade bereist. Und was ich auch klasse finde, ist wie mit Beleuchtung, wie mit Licht und Schatten gearbeitet wird. Und wie, ja, man das Gefühl hat, man geht wirklich durch so ein altes, etwas schmutziges London. Es ist sehr glaubhaft. Trotz der Pixelgrafik wirklich kommt eine sehr gute Stimmung rüber. Oder vielleicht sogar gerade wegen der Pixelgrafik. Und auch die Gebäude von außen und von innen sind immer entsprechend auch den Personen, die da wohnen. Also im Vergleich zum Beispiel die, ja, spärlich oder kerklich eingerichtete Wohnung von, von damals von dem Opfer. Was wir im Intro gesehen haben, die ermordet wurde. Oder auch jetzt hier diese wunderbaren, ja, Marmor-Statuen bei Lord Brumwell. Also es ist schon sehr gut in die Szene gesetzt. Also man merkt richtig, man ist jetzt hier in so einer richtigen Gasse. Das ist so ungemütlich, düstere Stimmung. Und man reist ein paar Meilen weiter, kommt dann in die Villengegend, an die Thames und sieht alles sehr schön aus. Und ja, prunkvoll eingerichtet. Da passt es dann auch sehr zum Inhalt. Das greift dann so quasi Hand in Hand. Ja, also die schön gestaltete Grafik, die gut gerenderten oder gemalten Objekte dort. Zusammen dann mit den Texten, die man ja dann immer wieder auch dazu hat, wo Holmes dann viele Dinge zu erzählen kann. Das passt alles schon sehr gut zusammen. Ich frage mich ein bisschen, du hast ja die Bewegungsabläufe, hast du ja angesprochen. Also das wirkt manchmal ein bisschen plump, wie die stehen oder wie die Arme bewegen. Das ist mir auch aufgefallen. Es gibt viele Spiele, auch die wesentlich älter sind. Prince of Persia zum Beispiel hat ja Jordan Mechner diese Rotoskopie, heißt das glaube ich, das Verfahren hier angewendet. Um halt tatsächlich echte Personen hier abgefilmt und dann entsprechend gezeichnet. Ich habe leider nichts gefunden bei der Recherche, ob das tatsächlich gewollt war oder ob man da einfach nicht Wert drauf gelegt hat oder ob man das einfach auch nicht konnte. Weil wir hatten ja einen, hat man im Eingangs-Intro besprochen, einen richtig professionellen VGA-Grafiker, aber vom Animateur oder von Animationen, da habe ich auch in diesem kleinen Clue-Book nichts gefunden. Das ist ja bei anderen Abenteuerspielen, ich muss jetzt leider wieder den Lukas-Arts-Vergleich machen, da gibt es ja Grafiker, es gibt aber auch Personen, die sich nur mit Animationen beschäftigen. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir schon vorstellen könnte, ja, das machen wir halt, können wir nicht so gut machen, deswegen. Ja, genau, also ich glaube, da ist dieses, wir haben es auch eingangs ja erwähnt, das ist ein recht kleines und vor allen Dingen sehr junges Entwicklerstudio war. Ich glaube, die sind da einfach auch an ihre Grenzen gekommen. Die haben tatsächlich bei der 3DO-Version, die ich mir jetzt im Nachhinein auch nochmal habe angucken können. Da falle ich drauf hinaus. Ja, da wurden tatsächlich noch ein paar Dinge verändert, hast du das auch gesehen? Also auch bei den Animationen, also was natürlich besonders ins Auge fällt, sind die Porträts, die anders gelöst sind, aber auch die Animationen sind andere bei der 3DO-Version. Okay, nee, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Also wie gesagt, die 3DO-Version konnte ich mir ja nicht anschauen, ich hatte halt nur was gelesen drüber, dass man die Porträts durch das Abfilmen von richtigen Schauspielern ersetzt hat. Aber ich höre jetzt raus, dass anscheinend auch die Bewegungen und Animationen oder die ganzen Körper gefilmt wurden, oder habe ich das jetzt falsch verschont? Nee, nicht die ganzen Körper gefilmt. Also ich habe jetzt halt nochmal reingeguckt, ich habe die ersten paar Minuten gespielt, leider ist es mir dann irgendwann auch abgestürzt, da müsste ich nochmal gucken. Aber für so einen ersten Eindruck reicht es. Man sieht quasi so die, ja, wie nennt man das, also ab Brustbereich oberhalb sieht man, das hat auch einen Namen, jetzt habe ich irgendwann mal gelernt, wie das heißt, dieser Filmausschnitt. Egal, das kann man jedenfalls sehen. Ja, genau, totale, halbtotale, aber das ist es nicht, das ist auch noch nicht das Porträt, ich weiß es nicht, können unsere Zuschauer uns vielleicht helfen, ich habe das irgendwann mal im deutschen Unterricht gehabt, aber vergessen. Jedenfalls sieht man das, es ist abgefilmt von echten Schauspielern, es ist komplett vertont, jede Figur hat seinen eigenen Schauspieler und je nachdem, an welcher Stelle im Spiel man sich gerade befindet, haben die Schauspieler auch andere Hintergründe. Also es wirkt so ein bisschen als wie vor einem Greenscreen abgefilmt und dann andere Hintergründe mit reingesetzt. Und was mir halt aufgefallen ist, die Charaktere gehen ein wenig anders, also vor allen Dingen an den Armen ist mir aufgefallen, weil dann rudern die so mit den Armen und bewegen sich mehr. Okay. Das sieht, also ich glaube, das war der Versuch, es ein bisschen glaubhafter machen zu lassen, wie die sich bewegen. Ja, ob das jetzt richtig gelungen ist, ich mag das gar nicht beurteilen. Mich hat es erstmal irritiert, vor allen Dingen, weil es halt anders aussah, als ich es gewohnt war, ob es jetzt besser oder schlechter, also irgendwie, also mich hat es ein bisschen befremdet, wie dann Holmes auf einmal mit den Armen ruderte, während er von A nach B geht. Ja, die Action-Sequenz am Ende des Spiels, die ist ja auch sehr animationsreich, da ist mir tatsächlich nichts irgendwie Negatives im Gedächtnis geblieben, also die fand ich eigentlich recht gut gelungen. Aber ich kann mir das vorstellen, wenn man das Spiel gewöhnt ist, so wie es halt gepixelt ist und auf einmal dann tatsächlich diese 3DO-Version, dann mag das auch ein Stilbuch sein. Ich kann das jetzt nicht entscheiden, wie das wirkt, ich kann das mit dem zweiten Teil ein bisschen vergleichen, das ist ja alles ein bisschen eher digitalisiert und gepixelt, aber das wirkt in sich stimmig. Also auch die Personen, die auch gefilmt sind, wahrscheinlich mit der gleichen Technik wie in der 3DO-Version. Ja, das schätze ich auch. Aber auch das London in dem zweiten Teil ist irgendwie gepixelt, aber aus irgendeiner Grafik heraus, oder zumindest aus einem Foto heraus. Das ist meine Vermutung, aber das können wir dann irgendwann mal im zweiten Teil besprechen, also von dem zweiten Spiel besprechen. Aber schön, dass sie ja die Version gemacht haben, das ist aber auch, hatten wir glaube ich auch eingangs gesagt, ja auch erst gekommen, weil man so ein bisschen überbrücken wollte. Man weiß nicht so ganz sicher, ist es jetzt ein Erfolg oder gibt es genug Geld und bevor man den zweiten Teil macht, dann überarbeitet man nochmal die erste Version und ja. Es funktioniert jedenfalls auch relativ gut auf dem System, wobei man natürlich sagen muss, es gab glaube ich für den 3DO auch mal irgendwann eine Maus, aber das Spiel hat keine Mausunterstützung, also man spielt es dann mit dem Controller. Uh, das wäre für mich ein K.O. Kriterium. Ja, das ist, ich glaube ich könnte mich dran gewöhnen, es ist natürlich mit Maus viel komfortabler, das muss man sagen. Läuft das nicht? Und was auch auffällt, der Text ist deutlich schwerer zu lesen, also da wurde irgendwie an der Auflösung oder an der Schriftart ein bisschen was getan, ich nehme mal an, damit es an einem normalen Fernseher, der nochmal eine geringere oder nochmal eine andere Auflösung hat, damit es dort besser zu lesen ist, am PC-Monitor oder zumindest jetzt mit meinem 3DO-Emulator, ja, sah der Text im Vergleich zu der PC-Version, war er doch deutlich schwerer zu lesen und da frage ich mich dann auch wiederum, wie das dann auf Dauer ist, ob das nicht vielleicht so anstrengend ist. Andererseits werden ja viele Dialoge wieder vorgelesen, vielleicht gleicht es das auch wieder ein bisschen auf. Also das wäre natürlich ein Reiz, die ganze Sprachausgabe, das wäre eine schöne Sache. Ich hatte eben so reingeflüstert, läuft jetzt hier auf Scum4M, die 3DO-Version, müssen wir mal ausprobieren, weil es gibt ja oft auch so Fan-Patches, wo man bei Indy 4 zum Beispiel, da kann man die englische Sprachausgabe ja von der Original-CD runterrippen und dann quasi in die deutsche Version mit einfügen, dann spricht halt Indy englisch, aber deutsche Bildschirmtexte, vielleicht ist das ja auch bei der 3DO-Version möglich. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob das könnte sein, dass es von Scum auch unterstützt wird, das weiß ich nicht. Übrigens, die Engine von Scum4M, die Engine von Sherlock Holmes heißt wohl Sherlock, ob das jetzt stimmt. Ja, guck, die Sherlock Engine. Sherlock Engine, habe ich mal gesucht jetzt. Das ist jetzt auch keine Quelle, die so seriös ist, als ich sagen kann. Das stimmt definitiv, aber so wird sie auf jeden Fall genannt. Doch, ist ja auch nicht abwegig. Also wie gesagt, ist ja auch das erste Spiel deren Firma und dann die Engine nach dem ersten Spiel zu benennen, das man damit macht, das ist ja, letztlich hat Scum daher ja auch ihren Namen. Also von daher durchaus passend und sinnvoll. Macht ja auch eigentlich jeder Musiker, das erste Album, was veröffentlicht wird, heißt ja meistens dann so wie die Person. Ja, so wie die Person oder wie die Band. Kommt zumindest häufig vor, ja, genau. Übrigens, ja, Musik und Sound, also Künstler, ist eigentlich ein schöner Übergang für unseren nächsten Part, den wir mal beleuchten möchten, und zwar Musik und Sound. Hier finde ich ähnlich wie Animationen, die ich persönlich sehr wenig finde im Spiel, so von den Hintergrundanimationen. Ich kann mich jetzt an einen kleinen Schaufelraddampfer auf der Tames erinnern, aber so großartig an Animationen ist mir jetzt nichts im... Ja, sehr, sehr spärlich eingesetzt. Sehr, sehr spärlich. Und so finde ich auch die Soundeffekte sind sehr, sehr spärlich in dem Spiel, was ich sehr schade finde. Ich kann mich erinnern, dass du beim letzten Mal gesagt hattest, dass selbst beim Pfeilewerfen keine Sounds sind, das war mir tatsächlich nicht mehr bekannt. Ich kann mich zumindest an nichts erinnern, das hätte ich vielleicht nochmal nachgucken sollen. Ja, ich habe auch nicht mehr daran gedacht, aber... Ich glaube, beim Pfeilewerfen war nichts. Aber... Es gibt so ein paar Standardgeräusche, das Zuschlagen an der Tür, es gibt, wenn Wiggins mit der Dose spielt, das macht Geräusche. Aber ansonsten auch das, es ist über weite Teile im Spiel wirklich sehr leise. Aber dafür lebt das Spiel von der Musik. Also es ist eine wunderschöne Musik. Wir haben hier auch die Unterstützung für das Roland MT-32. Das ist ein externes Gerät, zumindest zur damaligen Zeit, als es herausgekommen ist. Darin sind ja einzelne Geräusche gesampelt und zwar teilweise mehrfach aufgenommen. Klavier, Flöte und so weiter. Und die wurden halt in dieses Gerät eingespeichert und dann entsprechend in der Sounddatei, die beim Spiel dabei lag, angesteuert. Also es wurde tatsächlich gesagt, ne, Spiele, keine Ahnung, Bank 1, Soundsample 7, so und so viele Sekunden lang und bla bla bla. Und dann kommt halt tatsächlich ja wunderschön musikalische Musik heraus. Man kann sich das vergleichen mit dem MIDI-Standard, der kurze Zeit später dann rauskam. Also letztlich ist, wenn man so ein MT-32 oder später ein SC-55, heute weiß ich es auswendig und muss nicht in meinen Soundanstellungen nachschauen. Also wenn man ein entsprechendes Gerät hatte, dann war man, was die Technik angeht, schon auf dem Stand von diesen großen MIDI-Keyboards, die es ja bis heute noch gibt. Also wo wirklich die Technik von wirklich Profimusikern drin sitzt. Und wenn man das hatte, dann erstmal war das ein Zeichen dafür, dass man ziemlich viel Asche hatte, denn so einfach zu bezahlen waren die nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel 100 Mark so ein MT-32 gekostet hat. Ich habe jetzt 400 im Kopf, weiß aber gar nicht, ob das stimmt. Ich hatte 500 tatsächlich im Kopf. Vielleicht sogar 500, ja. So 400 bis 500 D-Mark. Und man muss ja sagen, es ist ja schon sehr lange her, also 400, 500 Mark ist schon Wahnsinn. Aber insgesamt war ja auch alles etwas teurer. Also RAM war sehr kostenintensiv, Festplatten waren teuer. Und Grafikkarten gab es noch nicht. Ja, das stimmt. Ach, das war schön, ja. Das war schön, wenn man heute auf Grafikkarten preiselt, aber da fangen wir gar nicht erst an. Genau. Später war das aber tatsächlich bezahlbar. Also für mich zumindest ist es bezahlbar. Leider aber auch wirklich später, weil dann waren ja quasi die großen Spiele alle weg. Aber Grund genug nochmal die Spiele nochmal zu spielen. Es gab für den Soundblaster von Roland, aber ich glaube auch von Soundblaster selber, der hieß Waveblaster, gab so einen kleinen Kartenaufsatz. Den steckt man auf die Soundkarte, auf diese Schnittstelle. Das waren so ganz kleine viele Pins, wie die ganz, ganz alten Festplatten. Steckt man so drauf. Und dann konnte man die Musikausgabe über dieses Wavetable Board, über diesen Roland Board ansteuern. Ich glaube, das war nicht ganz MT32-kompatibel. Nee, ich meine auch nicht. Ich glaube, davon gab es dann auch verschiedene, war das nicht dann auch eher, glaube ich, schon mehr in Richtung MIDI, oder? Das war dann eher General MIDI, was man dann in der Soundeinstellung auswählen sollte. Oder dieses SC55 zumindest. Also ganz leicht sind da, die Soundbanks sind da unterschiedlich. Aber auf der CD Player, das war so eine Schwesterzeitschrift oder eine Sonderausgabe von der PC Player damals, hier von Schneider und Lenhardt, die Zeitung, die sie da gemacht haben. Da gab es tatsächlich einen Patch, den konnte man in den Speicher laden. Also der war immer nur so lange aktiv, wie man den Computer halt anhatte. Wenn man neu gestartet hat, muss man diesen Patch neu starten. Und der hat die Reihenfolge entsprechend so geändert, dass man tatsächlich eine MT32 damit emulieren konnte. Und es war ein wahnsinniges Vergnügen, als diese Musik daraus dudelte. Also es ist ein Erlebnis gewesen. Also ich war wirklich, als Kind war ich ja nicht mehr, aber ich hatte schon den Mund offen. Also es war sehr, sehr schön. Für heute, wenn ihr heute noch mit der DOS-Box oder so unterwegs seid, kann ich euch wärmstens das Programm SoundCanvas VA empfehlen. Das kostet seine paar Euro tatsächlich. Als ich es mir damals gekauft habe, habe ich glaube ich 100 Euro bezahlt. Inzwischen gibt es das nur noch in so einem Abo-Modell. Das ist ein bisschen schade. Das mag ich eigentlich nicht. Aber mit dem Ding bekommt ihr den Original SC55 Sound und das, man kann sagen, SC55, wie gesagt, noch einen Schritt weiter als der MC32. Das war der heilige Gral vom DOS-Sound. Besser konntest du es eigentlich nicht haben als so ein Roland-Gerät. Und das kriegst du heute noch mit deiner DOS-Box verbunden und startet dieses Programm. Dann kriegst du auch direkt so ein kleines Interface angezeigt, wo man dann auch sieht, wie die Regler da rumspielen. So als hättest du das Gerät wirklich da stehen. Finde ich sehr, sehr schön. Und die ersten Spiele, die ich damit gestartet habe, es war gar kein Porn-Gick-Adventure. Aber ich weiß nicht, ob du von der Wing Commander-Reihe, ob du Privateer kennst. Der kenne ich alles von der Wing Commander, ja. Ach, schöne Stimme. Privateer, SC55-Musik. Großartig. Wow, also fast Gänsehaut, weil wenn du das vergleichst mit dem Adlib-Gepiepel, was ich vorher nur kannte, eine Offenbarung. Adlib ist auch nicht so mein Fall gewesen. Da habe ich es richtig gemacht. Das ist komplett emuliert. Da ist gar kein Hardware dabei, oder? Nein, das ist Software. Das ist komplett Software. Aber es ist halt von Roland selber und benutzt die originalen Soundfonts. Also du kannst natürlich auch Roland-ähnliche Soundfonts, findest du ganz viel im Internet, die du in die DOS-Box einbinden kannst mit einem MIDI-Mapper. Also da gibt es ganz viele Varianten. Das mit dem Roland Soundconvist, da kommst du halt an den originalen Sound. Weil das, was vorher Technik ist, ist jetzt zwar Software, ist jetzt auch kein FPGA oder so. Aber es sind halt die originalen Soundfiles, die originalen Varianten. Also so wie die Instrumente angesteuert werden, kommt aus den Boxen das gleiche raus wie bei einem echten Soundcanvas. Ich habe da mal ein paar Soundvergleiche mir angeschaut dazu. Und selbst Leute mit wirklich audiophilem Gehör, die das noch viel besser auseinanderhalten könnten, als ich das je könnte, die sagen, das klingt wie das Original. Aber solltet ihr noch eine Roland-Original-Roland-Hardware MT32 irgendwo im Keller haben oder in einer Kiste, auch die kann man tatsächlich in der DOS-Box anschließen und ansteuern. Also bloß nicht wegwerfen, weil das wäre, glaube ich, zu schade um das Teil. Nee, sonst bringt sie lieber uns. Also wir könnten damit bestimmt noch was tun. Das wäre ja irgendwann nochmal mein Traum, so einen richtigen echten DOS-Rechner nochmal zu haben. Ich habe ja viele Original-Konsolen, aber nochmal einen echten DOS-Rechner, wo ich selber nochmal mit Konflikt-Sys und Auto-Axis-Bud und Hi-Mem um den ganzen Kram, das hätte schon irgendwie was. Q-Mem, ja. Ich weiß nicht, ob das in der verlorenen Aufnahme ist oder ob wir das tatsächlich schon gesagt haben. Also es gibt viele Sachen, die ich an Emulationen mag. Speichern, pausieren und nochmal zurückspulen. Das sind wunderbare Tools, die ich auch nicht mehr missen möchte. Und ich kann mich auch an manchen Ärger erinnern, gerade hier auch bei dem Spiel, wenn man da die Soundblaser nicht richtig konfiguriert ist. Es gibt ja verschiedene DMA-Kanäle, 3 und 5, einigen sagt das vielleicht was. Und wenn man das nicht richtig konfiguriert, bricht das Spiel einfach ab, wenn der erste Sound abgespielt wird. Aber so die Haptik, nochmal so eine Diskette flitschen zu lassen oder die in das Laufwerk zu legen. Es gibt viele, zum Beispiel Amiga-Emulatoren, die bieten richtige, ja, hochwertige MP3-Dateien oder OKG-Dateien, wo die ganzen Geräusche emuliert werden und das ist wirklich schon richtig gut emuliert. Ja, das habe ich auch für meinen echten C64, ein Modul hin für den Modulschacht, was dann quasi, ja, das Floppy-Laufwerk emuliert. Das kann ich dann mit auf meinem USB meine ganzen Files packen und wenn ich dann davon ein Disketten-Image lade, kommt aus dem Lautsprecher das Geräusch, als würde ich es tatsächlich in dem, ja, in dem echten 1541er Floppy-Laufwerk haben. Und das finde ich schon ziemlich cool. Ja, das ist auch ziemlich cool. Und wie gesagt, ich meine, die Zeit nagt natürlich, das hattest du ja am eigenen Leibe gespürt. Ich glaube, eine Diskette war ja kaputt von Sherlock Holmes. Das ist wahr. Das sind mein Geld-Datenträger. Da kann ich noch einen kleinen Nachtrag machen, das hat mich natürlich nicht losgelassen. Also das war ja, habe ich ja versucht an dem Tag unserer Aufnahme relativ kurz vorher, deswegen hatte ich danach nicht mehr so viel Zeit. Ja, ich bin jetzt nochmal meine Disketten-Sammlung durchgegangen und es ist schon ziemlich traurig, weil, ja, ich sag mal so im Schnitt, jede fünfte Diskette lebt nicht mehr so richtig. Das ist schon sehr ärgerlich. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Wobei ich sie immer, ich kann die nicht wegschmeißen. Also selbst die nicht originalen, also die normalen, wo dann irgendwie, weiß nicht, irgendwelche Textdateien drauf waren, ich kriege es noch nicht hin, mich davon zu trennen. Ich habe es jetzt halt so gemacht über ein USB-Diskettenlaufwerk, versucht das alles auszulesen von dem, was ging, mir noch Images zu ziehen. Ich habe mir sagen lassen, dass wenn man es auf Original-Hardware oder auf einem wirklich älteren Diskettenlaufwerk versucht, da ist die Chance nochmal gegeben, dass es vielleicht sogar noch besser funktioniert, weil die moderneren USB-Diskettenlaufwerke halt eine, ja, nicht mehr so tolle Technik hatten. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich doch auch nochmal 150 Euro für einen Kryoflux investieren, aber das, da traue ich mich jetzt auch noch nicht so richtig ran. Was ich aber geschafft habe, auf andere Disketten, die ich noch hatte und die noch funktioniert haben, mir diese neuen Sherlock-Holmes-Disketten raufzupacken und ich habe tatsächlich, ist dann jetzt nochmal nachgeholt, ich habe das Spiel nochmal installiert von den neuen Disketten. Hat auch noch wunderbar funktioniert. Und jetzt natürlich die Preisfrage, was meinst du, wie lange hat es gedauert? Neun Disketten, das ist, huuuh. Also ich kann mich erinnern, als ich früher mit meinen Eltern einkaufen gefahren bin und dann oben, ich weiß gar nicht, was das für ein Elektroladen war, war das Fotopost, keine Ahnung, auf jeden Fall, oder Allkauf, Foto, Allkauf, die hatten ja auch diese Spiele und auch Disketten und sowas. Es gab fünf Sony-Disketten, die waren für mein Laufwerk am kompatibelsten, die haben echt wunderbar funktioniert. Futsu gab es, glaube ich, auch noch, Futsu oder sowas, die waren nicht so gut. Und es gab, glaube ich, für fünf Mark gab es unformatierte Disketten oder zehn Mark. Und dann für 15 Mark, also auf jeden Fall für fünf Mark mehr, gab es halt die informatiert. Und da ich ja als kleines Kind oder Jugendlicher natürlich sehr geizig war, auch nicht viel Geld hatte, habe ich natürlich immer die unformatierten Disketten gekauft. Und ich weiß, dass ich immer ein Formatier Samstagabend gemacht habe, kurz vorm Essen und beim Essen immer mal eine Diskette gewechselt und formatiert habe. Also es hat schon was gedauert, so eine Diskette zu formatieren. Installieren ist natürlich wahrscheinlich unter Umständen schneller, aber ich kann mir schon gut vorstellen, 20, 25 Minuten bei neuen Disketten, je nachdem, wie auch das aufgebaut ist. Also ich hatte, ich glaube, das war einmal offline, hatte ich erst einmal gesagt, Ultima 8 Pagan hat, glaube ich, nur drei, vier Disketten, also diese Standard-Version, es gibt ja noch X-Updates, eine Speech-Pack und das Pack und sonst irgendwas Pack und sowas. Der hat quasi nur drei, vier Disketten auf die Festplatte gelegt und dann halt entsprechend die Dateien entpackt. Das hat viel, viel länger gedauert, als das Überspielen. Von daher, also das, sag ich mal, das reine Kopieren, Installieren, würde ich so 20 Minuten, 25 Minuten tippen. Mhm, ja, das ist schon ziemlich gut. Es war tatsächlich in zwei Schritten, das reine Kopieren von Disketten hat 15 Minuten gedauert und dann wurde so ein schöner Bildschirm eingeblendet, so, jetzt wird es nochmal entpackt, das kann je nach Rechnerdauer nochmal 5 bis 20 Minuten dauern und es hat bei mir dann nochmal 5 Minuten gedauert. Also da war mein Rechner dann wohl schnell genug, trotz Emulator, der ja einiges frisst. Ich war nach 20 Minuten und 44 Sekunden war ich durch. Ja, gut. So, was mir jetzt auffällt, das kommt davon, wenn wir frisch in so eine neue Aufnahme starten und die zweite Hälfte machen, jetzt reden wir ja schon fast eine halbe Stunde. Ja, ich habe es auch gesehen. Es ist durchaus nochmal länger geworden als beim Herzen-Durchgang, aber naja gut. Das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Genau, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja? Ja, ich wollte sagen, wir sind noch nicht mal so richtig ganz durch. Nee. Denn, genau, wir kommen nachher noch zum zweiten Teil oder dann zum vierten und letzten Teil. Aber das geht schnell. Und dann nochmal über den, genau, wie schnell das geht, müssen wir dann sehen. Da unterhalten wir uns nochmal dann über das Fazit und ziehen nochmal einen Vergleich zur literarischen Vorlage. Bis dann. Bis gleich. Willkommen zurück zu unserem letzten Teil, das Fazit sozusagen. Und wir schauen uns nochmal so ein bisschen das Spiel im Gesamtwerk an. Aber vorher möchten wir uns unterhalten über den Autoren, über Sir Arthur Conan Doyle. Denn ich denke, es gibt so ein paar Hintergrundinformationen, die das Verhältnis zwischen Sir Arthur Conan Doyle zu Sherlock Holmes was Besonderes machen. Was vielleicht auch ein bisschen hilft, den Charakter Sherlock Holmes zu verstehen. Und dann, Sir Arthur Conan Doyle ist selber Arzt und Schriftsteller, ist 1859 in Schottland geboren. Er hat, bevor er sich niedergelassen hat als praktizierender Arzt, ist er als Schiffsarzt um die ganze Welt gereist. Also er ist in Westafrika gewesen. Er war in der Arktis und das Besondere ist ja daran, ich hatte es ja eben gesagt, er ist Arzt gewesen. Und wenn man sich die Figuren anschaut, Sherlock Holmes und Dr. Watson, haben wir hier auch einen Arzt. Und zwar Watson ist ja selber Arzt und er war ja, kurier mich bitte, aber er war ja auch in der Fremdenlegion Arzt. Er war Militärarzt, genau, Militärarzt. Und da könnte man eventuell, es war natürlich ein bisschen vage die Vermutung, er ist ja auch um die Welt gekommen. Also genau wie er selber ja auch, zwar als Schiffsarzt, aber er war Militärarzt. Und das finde ich schon eine besondere Parallele, dass man eventuell sagen könnte, er selber beschreibt sich vielleicht ein bisschen in den Geschichten. Aber auch für den Charakter Sherlock Holmes gibt es eine, ja, sage ich mal, Parallelwelt. Denn Sir Arthur Conan Doyle hat ja Medizin studiert und sein chirurgischer Professor, der an der Edinburgh Universität gelehrt hat, das war Joseph Bell, hat quasi, ja, er hat seinen Professor sehr verehrt, sehr, sehr hoch geschätzt. Und die Eigenschaften, die dieser Dozent an der Universität hatte, die hat er auch genommen und auch an den Sherlock Holmes angelegt, sozusagen. Also man könnte die Idee bekommen, wenn man das im Hintergrund behält, dass er zwei Personen beschreibt. Einmal Watson, er hat sich selbst, und einmal den, ja, seinen Universitätsprofessor als Sherlock Holmes. Und dieser Professor war seiner Zeit weit voraus, weil er hat Methoden angewendet, zum Beispiel so Fingerabdrücke oder Fußabdrücke, also diese ganz feinen Linien, die man sieht, was er den Fingerabdrück, ja, da legt. Also man nennt das Papillarleisten, das habe ich jetzt nachgeguckt, das weiß ich jetzt nicht, ich bin ja kein Arzt, aber diese ganz feinen Linien und auch diese Methodik, die der Arzt verwendet hat, also die, die grundsätzlich das wissenschaftlich zu beurteilen und nicht nur einfach sagen, ja gut, du warst da an der Stelle, du bist verhaftet, du bist der Täter, der Mörder. Er hat ganz, ganz anders agiert. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen so die Sticheleien gegenüber die Polizei von damals oder zumindest in den Geschichten, in den Spielen, ja, auch der eine oder andere Seitenhieb vielleicht mal an Inspektor Lestrade. Er mag ihn auch, denke ich mal, ne, also der Sherlock Holmes ist jetzt nicht so der Charakter, wo, sagen muss, der verachtet vielleicht den Lestrade, aber so ein paar Methoden, die Polizei, die kommt nicht immer so gut weg. Und die Deduktion ist ja quasi das, was Sherlock Holmes ausmacht. Genau, die normale Polizeiarbeit ist ja quasi unter seiner Würde, weil er mit seinen Methoden und seinem wissenschaftlichen Herangehen, ja, er ist, deswegen ist er ja der einzige Consulting Detective, also der einzige Detektiv, der gar keine Detektivarbeit macht, sondern den anderen Detektiven konsultieren. Das war ja letztlich so die Idee dahinter. Und ja, der ist, er bildet sich ja schon eine ganze Menge ein auf das, was er da kann. Also so ein richtig angenehmer Typ ist der Holmes ja nicht. Und das finde ich dann schon so interessant, gerade wegen auch dieser Parallelen. Ich meine, man darf sicher nicht den Fehler machen, zu sagen, jetzt eins zu eins Watson ist Doyle und Holmes ist Isabelle. Eins zu eins darf man sowas ja nie vergleichen. Finde da aber trotzdem schon spannend, diese Parallelen zu sehen und dann zu sehen, dass der Watson eine Figur ist, der diesen Holmes ja wirklich vergöttert und wirklich verehrt und ihm auch so ziemlich alle seiner negativen Charaktereigenschaften verzeiht. Also es gibt natürlich schon ein paar Punkte, wo er als Arzt sagt, also macht das mal besser nicht. Vor allen Dingen der Drogenkonsum, den Holmes in der Romanvorlage sehr deutlich hat. Dann nimmt er ja ständig Kokain oder andere Dinge. Da macht sich Watson vielleicht ein bisschen Sorgen. Aber ich sag mal, alle diese soziopathischen Seiten von Holmes, alle diese Seiten, wo Holmes wirklich herablassend auch mit Watson umgeht und mit seinen anderen Mitmenschen umgeht, wo er unnachvollziehbare Dinge tut und sich wirklich, ich sag's mal so wie es ist, sich verhält wie ein Arsch. Bleibt Watson dabei ihm an der Seite und verehrt ihn und bleibt auch dabei zu sagen, das ist mein bester Freund. Wo interessanterweise finde ich in allen anderen Adaptionen, selbst in den Serien, es immer auch wieder Seitenhiebe von Watson zu Holmes gibt. In der Literatur, in der Vorlage, finde ich das nicht. Da ist Watson fast, ich würde schon fast sagen, devot. Ja, das kann ich tatsächlich bestätigen. Auch in vielen Hörspielproduktionen wird dieser Drogenkonsum teilweise auch gar nicht gezeigt oder gar nicht angesprochen. Der von damals, von ehemals Maritim, glaube ich, da gibt es auch, still kommt es, die neuen Fälle, da wird es ja ganz anders dargestellt. Also da ist ja eher der Kaffeekonsum, eher die, quasi die Droge, die da thematisiert wird, was natürlich wahrscheinlich stellvertretend irgendwie sein soll für diesen ganzen Kokain-Missbrauch. Die englische Serie, also jetzt nicht die moderne mit, ach, wie heißen die nochmal? Cumberland? Also die moderne BBC. Ja, Cumberquatch, Cecil Quatch, nein, Benedict Cumberbatch heißt der, aber das kann sich ja keiner merken. Und Martin Freeman. Martin Freeman, genau. Genau. Und das ist ja so ein bisschen, still der Komis im Modernen, ich meine tatsächlich die Serie mit Jeremy Maybred, habe ich das richtig jetzt noch in Erinnerung? Ja, ja, ganz genau. Das ist auch eins der, sag ich mal, vollständigsten Verfilmungen von der Romanvorlage, die ich kenne, die es wahrscheinlich auch gibt. Und hier wird dieser Drogenkonsum doch schon sehr, ja, schon thematisiert, also jetzt nicht komplett weggestrichen wie in anderen Vorlagen. Naja, es kommt drauf an, welche Version du guckst. Interessanterweise werden diese Drogenszenen, die es tatsächlich gibt in der Serie, in den deutschen Varianten rausgeschnitten. Ach, tatsächlich? Also die Sammlung, die ich habe, die ist da ziemlich, da springt auch manchmal der Ton, also das muss man auch sagen. Ganz genau, aber deswegen springt da der Ton, die sind komplett, ich habe die auch, in der Tat. Und es springt an den Stellen halt kurz ins Englische, weil in der deutschen Version, als es damals, ist ja ewig her, aus den 80ern halt, als es damals im Fernsehen gezeigt wurde, gab es da, wurde das rausgeschnitten. Hm, okay. Auch da musste in dem, was dem deutschen Publikum zugemutet wurde, ich meine sogar die ersten Staffeln waren DDR-Produktion. Da bin ich mir, ich meine, das war so, und da wurde das dem Publikum nicht zugemutet, zu sehen, dass die Hauptfigur Drogen nimmt. Aber wurde in dieser einen Drogenhöhle da irgendwie versickert, das ist, meine ich, das ist, glaube ich, nicht rausgeschnitten worden. Nee, das stimmt, aber da spielt er ja auch nur den Junkie. Das stimmt, ist auch in der Wahrheit. Das ist ja ein Fall, wo er als Detektiv quasi da ist und so tut, als würde er Heroin nehmen oder vielleicht auch mit ein bisschen Heroin nimmt. Aber vor allen Dingen auch da in den ersten Folgen wurde da, wo er dann zu Hause sitzt und da Kokain konsumiert, das sieht man halt dann in der deutschen Variante erst heutzutage, wenn man sich die DVD holt. Früher hat man das nicht gesehen. Gibt es bei dieser modernen Verfilmung, gibt es da irgendwie, ich kann mich ja gar nicht dran erinnern. Ja, da ist er ein Raucher, der das Rauchen knapp aufgegeben hat. Da stellt er sich immer gern zu den Rauchern und dampft oder klebt sich mehrere Nikotinpflaster. Da wird es auf diese Art und Weise thematisiert. Ich meine, so ein bisschen ist es auch, wenn man es in die heutige Zeit holt, finde ich in Ordnung, das Kokain ein bisschen abzuschwächen. Denn wenn man das so im zeitlichen Kontext sieht, Ende des 19. Jahrhunderts, wo das Ganze ja spielt, da war ja auch Kokain, wurde nicht so bewertet, wie es heute bewertet wird. Von daher, das zu vergleichen vielleicht mit Nikotin heute, wo natürlich auch, das ist schädlich, warum machst du das, das ist Quatsch, lass das, das ist ungesund. So, das hat man damals auch zu Kokain gesagt, aber es war jetzt nicht diese harte Droge, sondern es war halt da schon auch noch mehr verbreitet. Ja, jeder kennt die Geschichte, dass Coca-Cola auch anfangs da was mit zu tun hatte und Kokain generell ja noch nicht so in Verruf war, wie es das heute halt ist. Von daher, an der Stelle, wenn man da den Holmes ein bisschen, wenn man ihn in die neue Zeit holt, ihm ein anderes Suchtmittel gibt, was aus heutiger Sicht nicht ganz so schlimm ist, finde ich das wiederum passend. Das finde ich auch passend. Aber ist das nicht die Coca-Nuss bei Coca-Cola? Ist das nicht was anderes? Ja, ja, stimmt, genau. Ne, das war nur so ein Gerücht mit dem Kokain. Das war ein Gerücht, glaube ich, da war nicht mich auch. Das war irgendwie, aber war nicht Dr. Peppers nämlich auch irgendwas? War das nicht auch mal ein Medikament oder sowas? Also da gibt es ja, heißt das Dr. Peppers? Dr. Pepper? Meinst du, da war Pep drin? Ja, keine Ahnung. Tja. Hm. Ja, Pepsin ist ja Pepsin, Pepsin ist ja auch so ein Enzym. Ach, keine Ahnung. Das ist ein gefährliches Halbwissen von mir, von daher will ich da jetzt nicht. Ja, ja, genau. Lass uns lieber wieder zu Dingen kommen, die wir mögen. Was mir übrigens aufgefallen ist, das habe ich hinterher gar nicht gefragt. Aber kann es sein, das habe ich jetzt, nachdem wir das letzte Mal fertig waren mit der Aufnahme, dass wir beide Sherlock-Holmes-Fans sind und beide unsere erste Begegnung tatsächlich mit diesem Spiel hatten? Ja, das ist tatsächlich korrekt, genau. Ja, witzig, ja. War bei mir eben ganz genauso. Sherlock Holmes kenne ich durch dieses Spiel und seitdem mag ich diese Figur sehr gerne. Ist ja witzig. Also, bei mir ist es so tatsächlich, ich habe dieses Spiel, der Fall des gesagten Skalpels, also das Abenteuerspiel, habe ich zu Weihnachten bekommen von meiner Mutter und ich bin quasi angesteckt worden. Also meine Mutter war auf jeden Fall Holmes-Fan, hat auch die Bücher gelesen und hat auf einmal dieses Spiel gesehen. Und dann denken sie, ach, das ist ja super, da gibt es ein Computerspiel von, sie hat eigentlich damit nichts zu tun mit so Computern. Also arbeitstechnisch auch schon sehr früh, klar, aber jetzt nicht spielmäßig. Und ich glaube, das war auch mit ihr erstes Spiel, was sie offen so einen Kontakt hatte. Und wir haben das teilweise auch, ja, sie hat auch mit zugeguckt, wo ich das gespielt habe. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich meine, so viele hören ja noch nicht zu, des Dartspiels musste tatsächlich meine Mutter machen. Also da, das hatte ich irgendwie, hatte ich ein paar Mal gespielt und das habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Und sie hat das auch teilweise dann abends nochmal gespielt und immer und immer wieder, bis man dann gewonnen hat. Ich weiß nicht genau, vielleicht war die Steuerung auf dem Original-PC ein bisschen schlechter, keine Ahnung. Also ich habe das ja jetzt damals in der DOS-Box gespielt und später in den SCUMM-VM, das läuft ja mittlerweile auch bei SCUMM-VM. Vielleicht ist da irgendwie die Steuerung ein bisschen besser, keine Ahnung, aber vielleicht habe ich mir einfach auch, ich meine, ich war ja auch kleiner vorher, das wusste ich ja nicht. Ja, und damit hat es quasi angefangen. Also da habe ich auch angefangen, das zu lesen und ja, seitdem mag ich das gerne und ich habe alle Hörspiele von Maritim, auch diese neue Serie. Es gibt tatsächlich einen, das ist, glaube ich, schwarz-weiß, jetzt weiß ich leider nicht, wie der hat, wie, Basil, Basil? Ja, Basil? Basil, ja. Das kann ich mir nur merken, weil Basil, der Mäusedetektiv, ist nach dem Schauspieler benannt. Guter Hinweis, guter Hinweis. Ach, ist das tatsächlich so? Okay. Ach, stimmt. Ja, ja, weil dieser Basil, hieß der Basil mit Nachnamen von, ich weiß es nicht mehr, er hieß... Der Mäusedetektiv von Disney, genau, ja. Genau, der heißt Basil und der, der Name, der ist natürlich auch die Holmes-Vorlage, deswegen Basil der Mäusedetektiv und der Name Basil kommt halt von dem ersten sehr bekannten Schauspieler aus den 30er, 40er Jahren, dessen Vollnamen mir gerade nicht einfallen mag. Aber ich weiß, dass Basil der Mäusedetektiv nach ihm benannt ist. Damit bin ich nicht so warm geworden mit dem Schauspieler irgendwie oder auch mit der Art. Die haben das ja auch, ich glaube, in den Weltkrieg gezogen, in so eine Folge. Also damit bin ich... Aber ansonsten mag ich eigentlich alles sehr gerne gucken. Davon habe ich nicht viel gesehen. Also einen habe ich gesehen, die Hunde von Baskerville habe ich gesehen, den fand ich auch nicht schlecht, dafür, dass er so alt ist. Ja, das ist tatsächlich auch mein Lieblingsroman von allen. Das liegt aber auch daran, glaube ich, weil wir es damals auch in der Schule gelesen haben, im Englischunterricht, den haben wir auch komplett auseinandergenommen. Hattest du einen starken Englischunterricht? Ja, also da muss ich sagen, ja, also das hat mir auch in der Oberstufe später, ich war erst auf der Realschule, das hat mir in der Oberstufe unheimlich gut geholfen. Wir hatten bis einschließlich achte Klasse, ja, neunte, erste Halbjahr durch diese typischen Englischbücher gehabt, die wir so gemacht haben. Und ab der gefühlt neun irgendwann nur noch Texte gelesen, also so diese Easy Reader heißen die, ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Das sind so Bücher mit auch mit erklärten Vokabeln im Hintergrund, also im Anhang. Ja, ja, bei mir dämmert es, ich glaube, bei uns gab es auch sowas. Die Reader, genau. Und sowas, und auch Zeitungsberichte haben wir gelesen, also ab der neunten Klasse, sage ich mal, zur Hälfte oder irgendwann gegen Ende haben wir, und die komplette Szenen haben wir ausschließlich solche Sachen gelesen und bearbeitet. Und das hat zumindest mir den Einstieg in die Oberstufe sehr, sehr gut geholfen. Das ist schön. Was hat mich mein, mein, mein... Ja, bei uns, also wir haben natürlich auch Bücher gelesen, aber leider nicht Holmes. Das hätte ich natürlich... Wir hatten dann natürlich eine Einheit Shakespeare, die wir alle furchtbar fanden. Ne, das haben wir tatsächlich nicht. Wir haben tatsächlich so, eigentlich schöne Geschichten, auch Dr. Jekyll und Mr. Hyde haben wir gelesen. Ach, guck. Irgendeinen, ich weiß nicht, wie das hieß, der hat so Schmetterlinge gefangen, glaube ich. Ach, das ist, die war ein bisschen kitschig, die Geschichte, aber wir haben viel von diesen Easy Reader gelesen und das hat auch animiert, die auch tatsächlich, dass wir die auch selber gelesen haben, auch zu Hause, auch weitere Romane, zumindestens. Ich fand das spannend. Es war viel, viel besser als die weiteren Englischbücher. Die waren so, weiß ich nicht, über Texte über USA, über irgendwelche Industrienationen und... Nee, also weißt du... Das war dann in der Oberstufe bei uns dann auch, ja. Ja, und wir hatten ja diese Englisch-G von Cornelzen von 1973, die, also so alt bin ich jetzt nicht, aber wir hatten einfach die alten Bücher mit Betty und Peter Clark und die waren einfach alt, die Bücher und das hat einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil es einfach auch nicht aktuell war. Also, und die hat einfach gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Wir hatten ein Kapitel über Lochkarten. Damals gab es schon, ich hatte ein C64, ich hatte schon Disketten, also ich wusste nicht, was Lochkarten sind und ich glaube, da ist auch bei meiner Lehrerin der Groschen gefallen, nee, also irgendwie müssen wir was anderes machen. Ja, da müssen wir was machen, ja. Mein Erdkundelehrer, dem war das egal, ne, guckt euch die Karte an, ja gut, da steht jetzt Russland drauf, ihr wisst ja, wie das jetzt die GUS, GUS ist, das hieß ja zwischendurch mal GUS, Gemeinschaft unabhängiger Staaten, jetzt ist es ja irgendwie ganz zerteilt, aber der hat einfach knallhart weitergemacht, ne, der hat dafür die alten Karten gezeigt, denkt euch einfach die Grenze weg. Also, hallo? Ja. Ja, dann haben wir den Exkurs in Richtung Schule auch noch. Genau, haben wir das auch gemacht. Ich würde jetzt gerne nochmal, dadurch, dass wir jetzt ja auch beide Leute sind, die sowohl dieses Spiel kennen, als auch die Bücher und einiges aus den Serien und so, würde ich gerne nochmal vergleichen, was sind so große Unterschiede, so ein bisschen angerissen haben wir es ja schon, zwischen den Holmes aus dem Spiel und den Holmes aus den Vorlagen, das ist bei der Figur Holmes auch sinnvoll, da nochmal genauer hinzugucken, denn, das hatte ich dann auch schon nochmal erzählt, du kanntest noch nicht das Mickey Mouse Schutzgesetz, richtig? Das war dir gar kein Begriff? Das war mir gar kein Begriff, nee. Also, ich weiß tatsächlich, dass so Musik, sag ich mal so, x Jahre nach Tod des Künstlers, dass das eigentlich dann frei ist, weil sonst könnte ich ja jetzt nicht irgendwie von Beethoven die Mondenschein-Sonate irgendwie spielen und das dann irgendwie veröffentlichen oder sogar verkaufen. Aber das Mickey Mouse Schutzgesetz, das war mir tatsächlich neu, ja. Genau. Also, es hat letztlich damit etwas zu tun mit, ja, mit wann wird ein geistiges Eigentum Public Domain und das war ganz lange so, dass es 50 Jahre nach Tod des Autors Public Domain wurde, sprich, wenn der Autor eines Werkes gestorben ist, 50 Jahre danach kann jeder damit machen, was er will. Und da sind wir bei Sherlock Holmes schon eine ganze Weile, dass dieses, die Rechte an Sherlock Holmes niemandem mehr gehören, jeder Sherlock Holmes verwenden kann, jeder einen neuen Sherlock Holmes Roman schreiben dürfte, die Figuren verwenden darf und keiner kann kommen und sagen, nee, das geht aber nicht, weil das verstößt gegen Rechte. Nein, Sherlock Holmes gehört uns allen und deswegen kann jeder auch mitmachen, was er will. Warum jetzt Mickey Mouse Schutzgesetz? Ja, das betrifft jetzt bald tatsächlich auch die Mickey Mouse. Bei Unternehmen ist es nochmal ein bisschen anders, da war es sehr lange so, dass Unternehmen 75 Jahre lang die Rechte an ihren, ja, Produkten haben. Und das wäre bei Mickey Mouse 2003 soweit gewesen, dann wäre der erste Mickey Mouse Film, Steamboat Willie, wäre dann Public Domain geworden und deswegen wurde noch ganz knapp vorher ein paar Jahre, 1998, ein neues Gesetz rausgebracht, was diese Frist erhöht. Und jetzt ist Mickey Mouse, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, bis 2023 geschützt, dann allerdings, sieht es so aus, verliert Disney die alleinigen Rechte an Mickey Mouse. Das heißt, wenn wir uns dann selbstständig machen als große Mickey Mouse Zeichner und Tassenverkaufer mit Mickey Mouse drauf, dann dürfen wir das und Disney darf nicht sagen, nö. Weil in zwei Jahren gehört dann auch Mickey Mouse uns allen. Finde ich ganz spannend. Ja, auf jeden Fall. Also, gibt es bei Lego nicht auch so eine ähnliche Geschichte? Ist nämlich auch dieses Patent abgelaufen von diesen Knoppensteinen zumindest oder zumindest von irgendeinem speziellen... Ja, genau. Die Steine kannst du benutzen, du musst sie aber Klemmbausteine nennen, du darfst nicht Lego sagen, weil Lego die Firma ist, du darfst nicht Lego Stein sagen, aber du darfst inzwischen, soweit ich weiß, kompatible Klemmbausteine herstellen, wobei Lego da auch alles mögliche tut, um sich dagegen zu stemmen, wobei da bin ich auch nicht so ganz im Thema. Ich weiß nur, dass da auch Lego eine sehr harte Politik fährt, um da um jedes Recht zu kämpfen und da bloß keine Konkurrenten auf dem Markt zu haben. Genau. Ja, jedenfalls aufgrund dessen, dass es halt so frei ist und jeder damit machen kann, was er will, gibt es natürlich auch keine Qualitätssicherung. Niemand, der hinguckt und sagt, das darfst du machen oder das darfst du nicht machen mit Sherlock Holmes. Und ja, deswegen lohnt sich nochmal der Blick bei diesem Spiel von 92, wo es halt auch schon zur freien Verfügung war, wo Mythos Software keine Lizenzgebühren zahlen musste und niemanden um Erlaubnis fragen musste, passt dieser Holmes zu dem Holmes, der in den Büchern dargestellt wird. Vielleicht noch ganz kurz, ich meine das auch in diesem Büchlein, was dabei war, bei dem Spiel dabei war, auch irgendwo gelesen zu haben, das war auch ein Mitgrund, wo man tatsächlich sich auch für Sherlock Holmes unter anderem entschieden hatte oder damals eine engere Auswahl genommen hatte, weil es einfach keine Lizenzkosten gab. Weil wenn man so Star Wars nimmt, dann kann man ja ordentlich blechen. Ja, das konnte Lucasfilm machen, weil die gleiche Firma, aber sonst ja, genau. Also was mir zum Beispiel jetzt, wir hatten ja eben auch eingangs schon erwähnt, dass Holmes ja so ein bisschen, der ist ja schon energisch, also der, der, finde ich, kommt im Spiel eigentlich eher in den Action-Sequenzen raus. Also gerade am Ende, wo er die Dame rettet, da ist er sehr entschlussfest, er rennt da rein, auch die Gefahr droht, aber ansonsten so das ganze Spiel über oder die Hauptsituation, die man ihn so erleben kann, finde ich, ist er eigentlich recht ruhig und bedacht. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Also man kann's ja wahrscheinlich schon, man muss ja nicht alles so genau angucken, aber viele Sachen sind schon wichtig für die Geschichte, aber auch das, finde ich, ich meine, wir spielen ein Adventure-Spiel und kein Action-Spiel oder kein Shooter oder sowas, sondern wir tauchen ja in die Geschichte ein und wir brauchen diese Information. Und genau, was du eben beschrieben hast, dieses Erklären, dieses Ableiten, das, finde ich, hilft dem Spieler, behaupte ich es einfach mal, zumindest mit mir hilft es, noch tiefer einzutauchen. Aber man ist, ich werde eh mitgenommen, allein schon von der Grafik und die schöne Musik, aber diese Art und Weise, die Herangehensweise, die du eben jetzt schön beschrieben hast, die sehr gut getroffen ist, auch vom Roman her, die ermöglicht mir es noch mal tiefer in die Geschichte einzusteigen. Das ist, also man kann sich fast schon identifizieren, ja, doch, ein bisschen identifizieren kann man sich schon mit, mit Holmes. Ja, also das war, ich habe mich sehr mit dem identifiziert, ich wollte danach ganz lange Detektiv werden, nachdem ich dieses Spiel gespielt habe, das war dann eine Weile dann, ich war ja dann auch noch ein bisschen jünger als du tatsächlich, war das mein Berufswunsch, ich wollte dann Detektiv werden, so habe ich mich mit dem identifiziert. Ja, das ist schön. Ja, ansonsten, wie gesagt, sehr nah dran, gibt ein paar Unterschiede, so ein paar Ecken und Kanten sind halt auch weg, man sieht ihn jetzt, also er geht relativ freundlich noch mit seinen Mitmenschen um in diesem Spiel, da ist die Romanvorlage manchmal etwas ruppiger. Er trägt in dem Spiel ständig diesen Hut, diesen Klischeehut, diese Jagdmütze, die trägt er im Original gar nicht so oft, schon mal, es gibt da auch ein Bild, die ihn damit darstellt, aber eigentlich trägt er es nur auf Landgang und in der Stadt, wo das ganze Spiel stattfindet, eigentlich gar nicht, aber gut, geschenkt, muss vielleicht sein. Aber ich meine, das ist ja, also, wenn ich, ich glaube, wenn ich jetzt, ja gut, meine Kinder sind jetzt vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, aber, weil die kennen mich ja, als Sherlock Holmes-Fan, aber ich glaube, wenn wir eine Umfrage machen würden, sagen Sie mir so zwei, drei Begriffe, was Ihnen zu Sherlock Holmes einfällt, ich glaube, die Pfeife und dieser Schlapphut, das ist doch eigentlich das Sinnbild von einem Detektiv und vor allen Dingen von diesem Detektiv. Ja, genau, würde ich auch sagen. Die Lupe wird vielleicht noch jemand nennen. Ja, Stimmt, genau. Die wird ja auch, na gut, die benutzt man ja im Spiel, genau, die Lupe. Vielleicht, was ich tatsächlich, obwohl ich es gespielt habe, aber du bist ja noch ein bisschen frischer drin, ich meine hier so die Interaktion mit Watson oder insgesamt Dr. Watson im Spiel, ist nicht so häufig oder so intensiv, wie ich das von den Filmen, Hörspielen oder im Roman kenne, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Das ist schon etwas länger her, wo ich es gespielt habe, aber... Also es kommt darauf an, was du daraus machst, also du kannst in jedem Raum auch mit Watson sprechen und er gibt dir dann auch eine Rückmeldung und in der Beziehung, da ist es wieder sehr nah am Original, Watson ist derjenige, der Holmes anhimmelt für alles und sagt, ja, ich sehe hier vielleicht nicht viel, aber ihr genialer Blick, ihr wird hier bestimmt doch noch eine Spur aufgefallen sein und so weiter und so fort. Das finde ich ganz gut getroffen. Man braucht Watson nur an ganz wenigen Stellen im Spiel. Meistens läuft er einfach nur nebenher und dann sagt er auch nicht viel. Es gibt so ein paar Stellen, da muss man sich dann mit ihm unterhalten, dann kommt man auch nochmal auf eine Idee, weil Watson dann nochmal was sagt oder nochmal einen Hinweis gibt oder so. Aber ansonsten ist er eher eine Randfigur in dem Spiel, das stimmt. In dem Maritim-Hörspiel, was ich eben schon erwähnt habe, also es ist nicht die neuen Filme, sondern tatsächlich die original Vertonten von den Romanen. Da ist ja Christian Rohde, der Sherlock Holmes-Sprecher und in den Hörspielen zieht er Watson richtig auf. Also es gibt so eine Situation, da meint er, ach, bevor ich jetzt weitermache, so nach dem Motto, mein guter Freund Watson, was ist denn ihre Meinung? Und dann fängt er zu erzählen, also er freut sich, also vor allen Dingen, er himmelt ihn auch an. Also er fragt mich, okay, gebe ich mir Mühe, erzählt alles, schön freut sich und dann meint er, Holmes dann noch. Also Wahnsinn, was für Ideen sie haben, diese Schlussfolgerung, aber alles falsch, sie trotteln. Alles falsch, ja genau. Ja genau. Ja genau, ich denke, jetzt kommen wir mal auch langsam zu Ende. Es ist ja Wahnsinn, wie viel wir hier wieder quatschen. Ich bin ja schon drauf und dran, mich zu entschuldigen für die Überlänge hier. Ja, ich glaube. Inzwischen dürften wir die zwei Stunden geknackt haben, spätestens, wenn wir jetzt das jetzt hier gleich. Fürchte ich auch. Aber ich bin eigentlich schon fast froh, dass da was schief gegangen ist, weil ich fand es jetzt immer sehr schön. Ja, doch auf jeden Fall. Weil jetzt die Teile, die wir neu aufgenommen haben, die waren ja ein bisschen später am Abend, also das hat für mich jetzt ganz gut getan. War auch nochmal schön. Ich mag, wie gesagt, das Spiel du ja auch. Ja, sehr. Und dann kann man halt wahrscheinlich... Genau, ein paar Dinge hatten sich nochmal ergeben, also ich bereue es auch nicht, dass es jetzt so gekommen ist. Eine Sache müssen wir jetzt natürlich am Ende doch noch machen, als Fazit die Frage beantworten. Was würdest du sagen, kann man dieses Spiel heute noch empfehlen? Ist es heute noch spielbar oder geht das nur mit einer gehörigen Prise Nostalgie? Die Nostalgiebrille ist natürlich bei mir immer auf, das muss man bedenken. Ich sage, wenn man einen kleinen Punkt über den Weg sehen kann, also diese schwachen Charakterzüge, sage ich mal, von der Grafik her, aber dafür gibt es diese schönen Porträtaufnahmen, kann ich das Spiel uneingeschränkt nur wärmstens empfehlen. Es ist liebevoll gezeichnet, es hat eine wunderschöne Geschichte, vor allem dramatische Änderungen. Also ich war als Spieler selber überrascht, ist schon zu Ende, irgendwie, ach nee, es geht weiter. Es gibt viele Holmes-Elemente, hier Wiggins ist ja auch dabei und der hilft ja uns auch weiter. Und es ist gespickt mit ein paar Sprachausgaben, ein paar Tonaufnahmen und sogar die deutsche Lokalisierung, zumindest die Diskettenversion, kann ich wärmstens uneingeschränkt empfehlen. Dem kann ich mich ziemlich stark anschließen. Bei mir ist es so, ich hatte es jetzt in Vorbereitung für diesen Podcast nochmal gespielt und vorher sehr lange nicht. Sodass es bei mir tatsächlich so ist, dass ich ja auch mit einer gewissen Nervosität an dieses Spiel gegangen bin und so ein bisschen mit der Befürchtung, oha, was ist eigentlich, wenn mich das jetzt heute nicht mehr so abholt, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt dieses Spiel spiele und merke, es ist gar nicht mehr so gut, wie ich das in Erinnerung habe. Von daher bin ich nicht ganz unbefangen da rangegangen, war dann aber sehr schnell wieder sehr begeistert von dieser Atmosphäre, von der Geschichte, von der Art und Weise, wie diese Welt beschrieben wird, wie Holmes vorgeht. Da war ich doch sehr froh, dass der Holmes in diesem Spiel so ist, wie ich ihn inzwischen mag, nämlich ziemlich nah am Original. Und ich kann auch jedem, der irgendwas mit Krimi-Geschichten anfangen kann, der irgendwas mit Sherlock Holmes anfangen kann und der Adventure-Spiele mag, auf jeden Fall auch heute noch empfehlen, spielt dieses Spiel. Es ist natürlich Pixel-Grafik, klar, das muss man mögen, keine Frage, aber wenn man das mag, dann sollte man diesem Spiel eine Chance geben. Nicht wegen dem grandiosen Gameplay, so grandios ist das nämlich gar nicht, aber vor allen Dingen wegen der Geschichte, wegen des Falls, der sich da auffächert und dieser viktorianischen Atmosphäre, die, wie ich finde, wunderbar eingefangen ist. Und wie gesagt, wenn ihr die Nase nicht voll genug kriegt von Sherlock Holmes, die Serie Die Abenteuer des Sherlock Holmes mit Jeremy Brett aus den späten 80ern sei euch wärmstens ans Herz gelegt. Die Holmes-Fangemeinde ist sich ziemlich einig, dass dieser Holmes-Darsteller der beste Holmes-Darsteller ist, wenn es um einen originalgetreuen Darsteller geht. Haben wir noch Zeit für eine letzte Anekdote zu diesem Schauspieler? Ja, ja, okay. Der ist nämlich tatsächlich eine recht tragische Figur. Ich habe ein Interview gehört von dem Watson-Darsteller und Jeremy Brett war wohl recht krank, der hatte wohl auch eine manisch-depressive Erkrankung und kam am Ende, je länger er mit dieser Holmes-Figur gearbeitet hat, kam auch nicht mehr so gut aus der Rolle raus. Auch nach Drehschluss war er oft noch mit drin und er ist dann auch relativ früh gestorben. Das stimmt, ja. Ich habe das Interview auch gesehen vom Holmes-Darsteller. Ja. Aber manchmal ist es halt so, dieses Genie und Wahnsinn ist vielleicht wirklich auch nah beieinander und ich glaube gerade dieses manisch-depressive, was Brett dann leider auch hatte, das findet man ja wirklich auch in dem Holmes selber auch. Was sie gut getroffen hat. Dann waren die sich vielleicht von ihren Charakterzügen auch ähnlich, nur dass in der Realität viele Menschen halt eher darunter leiden als so eine Romanfigur Holmes, der leidet ja nicht wirklich unter seinen Charakterzügen. Ja, okay, jetzt doch nochmal so ein Downer jetzt hier ganz zum Schluss. Aber wie gesagt, wenn euch das interessiert, beschäftigt euch damit mal, gebt der Serie mal eine Chance, auch wenn sie ein bisschen älter ist. Ich finde, man kann sich die heute auch immer noch ganz gut anschauen. Ja. Und damit kommen wir denn jetzt aber wirklich zum Ende und verabschieden uns für heute und vielleicht können wir ja schon mal sagen, beim nächsten Mal wird es auch nochmal ganz spannend, weil wir dann ein Spiel besprechen werden, was einer von uns noch nie gespielt hat. So ist es. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Da wird es dann auch einfacher zu sagen, zu sein, wie das jetzt mit der Nostalgie ist und nicht. Also sprich, du wirst da keine große Nostalgie haben. Nee, würde ich definitiv nicht haben. Das haben wir schon verraten. Ich habe es noch nicht gespielt. Es gibt ein kleines, also als Anteaser vielleicht. Es ist eine spezielle Art eines Spiels, was ich im Film zum Beispiel gar nicht mag. So, da können jetzt Leute ein bisschen rätseln, was das bedeutet. Also es ist eine Art und Weise, wie dieses Spiel präsentiert wird. Das ist halt nicht so. Ja, deswegen hatte ich es damals auch links liegen gelassen. Aber für den Podcast, wie gesagt, werde ich das mal spielen. Und ja, das denke ich, gibt auf jeden Fall im nächsten Podcast eine Portion andere Würze. Wenn es einer kennt und der andere noch nicht, dann denke ich, ja. Ich freue mich sehr drauf. Ich hatte auch heute wieder Spaß, auch wenn wir jetzt Teile nochmal neu aufgenommen haben, wobei sich gefühlt hat sich gar nicht so viel überschnitten. Irgendwie war es wieder gefühlt sehr neu. Und ich hoffe, ihr beim Zuhören hattet auch Spaß. Ich weiß gar nicht, ob ihr das in einem Stück gehört habt. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß, ich hätte vielleicht gar nicht so viel Zeit gefunden. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr immer noch dabei seid und freue mich sehr aufs nächste Mal. Und ja, bin schon wirklich sehr gespannt und freue mich schon darauf, unser nächstes Spiel zu installieren und mir meine Meinung zu bilden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.